Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachschlag, dem Boxcast. Heute Folge 59. Ich bin Benni Strucker und natürlich wie jede Woche an meiner Seite mein Co-Host Julius Stoll. Ja, hallo Benni, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben mal wieder ein Universum-Card im Angebot und machen da mal so ein bisschen den Qualitätsprüfer, Stiftung Nachschlag-Test, sage ich jetzt mal so. Was taugt das Ganze? Wir schauen natürlich auf den jetzt etwas anderen Kampf von Manny Pacquiao, die Rückkehr, und haben natürlich Nachberichte, wie war denn unsere Wettausbeute am vergangenen Wochenende. Und ja, dann haben wir natürlich noch News und wir reden uns über unser Mythical-Match-Up in der etwas erweiterten Form, sage ich jetzt mal so. Arthur Abraham gegen Felix Sturm, wie wäre das denn abgelaufen? Also ich denke, da sind wieder interessante Themen dabei. Und ja, dann gehen wir doch mal nach Hamburg ins Universum-Gym, oder? Ja, genau. Wir gehen nach Hamburg ins Universum-Gym am 21. August, also am kommenden Samstag. Live auf Bild Plus, soweit ich aktuell noch informiert bin, aber das ist ja manchmal gar nicht so einfach herauszufinden im Vorfeld, ist Universum wieder am Start, kehrt nach einer mehrmonatigen Pause schon. Ich meine, die Sturmveranstaltung war im Juni. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war danach nichts mehr. Wir sind jetzt wieder da im Hauptkampf, Sanko Sobucki, der Schwergewichtler, absolute Schwergewichtshoffnung auf jeden Fall bei Universum. Und es ist wieder eine sehr große Card, also Quantität ist auf jeden Fall gegeben. Und ja, wir sprechen erstmal über den Hauptkampf, Koso Butzki, 15-0, ungeschlagener Schwergewichtler, hat sich in den letzten Auftritten wirklich sehr, sehr gut gezeigt. Kann man nicht anders sagen, der ist bei Boxeck mittlerweile in die Top 40 vorgestoßen, 14 Knockouts hat er da noch vorzuweisen. Hat ja einen von Julius Lieblingsboxern, zumindest was den Kampfnamen angeht, nämlich Godzilla The Secret und Oriode Evarievo in seinem letzten Kampf im Februar in Runde 4 gestoppt. Und ja, trifft jetzt auf einen durchaus, in gewisser Weise durchaus prominenten Namen, nämlich trifft jetzt auf Joey Tank Daveco, den US-amerikanischen Schwergewichtler. Ein relativ kleiner Schwergewichtler mit nur 1,78 Meter, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Meine Größe ungefähr. Ja, und ein Typ, der schon den ein oder anderen bekannteren Namen im Kampfrekord hat, deswegen kennt man ihn, der wird eigentlich gerne verpflichtet, so als B-Seite. Ob es Frank Sanchez ist oder Sergej Kuzmin, gegen den er übrigens nur per Mehrheitsentscheid verloren hat damals, da kann ich mich noch dran erinnern, 2019 war das. Ja, eigentlich ganz gut. Das ist nicht schlecht, ja, Brian Jennings auch 2018, ein bisschen weiter vorne, Amir Mansour noch. Es ist so, klar, er hat die Kämpfe verloren. Alle größeren Namen, die er geboxt hat, hat er verloren, außer tatsächlich Gerald Miller, als der seinen fünften Profikampf gemacht hat, 2013. Der Kampf ging dann tatsächlich unentschieden aus. Miller hat damals zwei Punktabzüge bekommen, aber okay. Aber natürlich trotzdem ein Ergebnis, was im Nachhinein natürlich nicht so schlecht aussieht. Ja, würde ich auch sagen. Und Daveko ist auf jeden Fall wahnsinnig zäher Hund, ich meine, er kommt mit dem Kampfrekord rein, er sieht natürlich erstmal ein bisschen nach Journeyman aus, mit 21,8,4 und irgendwie ist er auch ein bisschen Journeyman-mäßig unterwegs, aber ich würde ihn schon persönlich im Premium-Regal der Journeyman tatsächlich einordnen. Ich muss auch sagen, gegen Kusmin, Jennings, ja, Frank Sanchez und Amir Mansour muss man halt erstmal die Runden gehen, die zehn vor allem. Ganz genau. Da haben viele die Segel gestrichen. Richtig, richtig. Und man darf auch nicht vergessen, dass er hat tatsächlich auch schon den ein oder anderen, ja, Talent, in Anführungszeichen, das ist jetzt keine Supertalente gewesen oder so, aber der hat auch schon den ein oder anderen mal gestoppt, der mit einem guten Kampfrekord reinkam. Ich kann mich noch erinnern, 2017, Kelvin Nunez habe ich hier jetzt gerade nochmal aufgemacht, den hat er nach Punkten besiegt, der kam damals mit 15-0 rein, gleicher Kampfrekord, was das angeht, wie Kusobuzki. Davor, Dimitrius Banks ist auch so ein Name gewesen, so einer, den man in den Lungsabend, wo man mal gedacht hatte, vielleicht wird der was, den hat er in drei Runden gestoppt. Daveko ist kein, also der ist keine Laufkundschaft und der ist wahnsinnig zäh, der ist erst einmal ausgenockt worden, gerade für Kusobuzki, der ja eine sehr, sehr beeindruckende K.O.-Quote hat. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine interessante Prüfung ist und der ist es ja auch gewohnt, nach oben zu boxen, Daveko. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt für den komplett was Neues ist, der ist die ganze Karriere, kämpft ja schon in den meisten Fällen gegen Größere. Ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, vom Hauptkampf her finde ich das nicht so schlecht, finde ich das tatsächlich nicht so schlecht. Weiß nicht, was du denkst? Ja, ich hatte auch erst gedacht, als ich den Kampfrekord gesehen habe, so mal gucken, was das so gibt und dann habe ich mir das aber ein bisschen näher angeschaut und habe ich gedacht, ach, das sind doch eigentlich ziemlich illustre Namen und dann vom Ausgang her in Ordnung. Jetzt so genau bei Kusobuzki hatte ich gar nicht hingeguckt, das ist ja dann nochmal sowas, wo man sagt, hey, das birgt eigentlich für Qualität und könnte ein unangenehmer Gegner werden und eine gute Prüfung eigentlich. Ich denke eigentlich auch, ich denke eigentlich auch, ja. Auch im zweiten Hauptkampf sind wir im Schwergewicht. José Ladoet, der Kubaner aus dem Universumstall, vor seinem sechsten Profikampf gegen Santander Silgado. Da geht es um den WBC Latino Titel, im Hauptkampf übrigens um den WBA International im Schwergewicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich wieder ein bisschen enttäuscht. Also kann ich nie anders sagen, Silgado ist wieder einer aus der Riege quasi-Cruiser, sag ich mal. Die hat ja Ladoet in letzter Zeit immer vor den Fäusten, ich weiß nicht, woran das liegt. Der hat zwar natürlich schon ein paar Schwergewichtskämpfe gemacht, aber da muss man auch sagen, wenn der ins Schwergewicht gegangen ist, egal ob gegen Cassius Chaney oder Jess Witherspoon, Tyron Spong, der hat noch nie die dritte Runde gesehen da. Der geht einmal kurzrundig K.O. und im Krusa-Gewicht sieht der Kampfrekord ein bisschen besser aus, wobei er da auch eine K.O.-Niederlage in Runde 1 gegen Krzysztof Klowacki zum Beispiel hat. Und Kudryaschow. Ja. Ja, gegen Dmitry Kudryaschow. Also auch er hat ein paar bekanntere Namen geboxt, aber ja. Aber halt wie. Das ist halt ein ganz anderes Bild als bei dem Gegner von Kozoguzki. Ja, also da muss ich wirklich sagen, da kann ich mir gar nicht wirklich vorstellen, dass das irgendwie länger als eine Handvoll Runden, ach nicht mal eine Handvoll Runden, gehen wird. Den Anspruch muss ich ganz ehrlich sagen, den muss auch La Duette in dem Fall haben. Ja gut, aber der hat ja auch schon wieder ewig nicht geboxt, ist ständig verletzt. Ja, im Dezember, ne? Ja, aber ich meine, das sind halt acht Monate. Und dafür, dass er ja auch schon 31 ist und hier als die große Hoffnung nach Hamburg kam, ja, weiß ich nicht, ne? Das ist für mich alles so ein bisschen am Versanden. Ich hatte ja echt gedacht, es käme mal der Kampf gegen Kadiru. Aber ja, das ist, glaube ich, eher mehr Pauken als wirklich was mit Substanz, glaube ich, ehrlicherweise. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht, also zumindest hätte ich im Vorfeld gedacht, vielleicht könnte er aber gegen Hussein David Mohamed boxen, nachdem der jetzt Gashi schon mal geschlagen hat auf der Universum-Card. Vielleicht war es jetzt da für Mohamed ein bisschen kurz, keine Ahnung. Das war ja erst im Juni. Das mag sein. Aber den Kampf habe ich eigentlich immer noch nicht so ganz gestrichen. Der war ja eigentlich auch mal geplant. Aber naja, mal gucken. Also hier gegen den Silgado, da muss man einfach sagen, da muss das meiner Meinung nach schnell gehen. Und La Duet sollte dann aber auch wirklich auf der nächsten Universum-Card im Ring stehen und nicht wieder auf der drittnächsten oder sowas. Denn der ist noch im Aufbau als Profi, auch wenn er schon 31 ist. Und ich sage mal so, er hat auf der Sturm-Card geboxt gegen Rost und dann später als Sturm wieder geboxt hat, der er im Juni geboxt hat. Weißt du, also jetzt so kann man sich die achten Monate natürlich auch doch mal ein bisschen negativer betrachten, muss man ganz ehrlich sagen. Da hast du doch absolut recht, ja. Ja, genau. So, dann, ja, wir haben ja noch die Damen auch noch im Einsatz. Dila Kisikjol zum, ich glaube, ersten Mal über zehn Runden, wenn ich mich nicht täusche. Ja, oh, sogar mit Abstand. Das letzte Mal war sechs Runden. Also da geht man direkt einen... Ordentlicher Sprung. Ordentlicher Sprung, was das angeht. Allerdings geht man meiner Meinung nach keinen ordentlichen Sprung, was die Gegnerschaft angeht, gegen Aleksandra Vujovic. Muss die klare Favoritin sein. Also die hat fünf Niederlagen in Folge und das letzte Mal 2018 gegen eine Debutantin gewonnen. Also das muss eigentlich auch ein absolut souveräner Sieg im Prinzip werden. Was anderes kann man nicht erwarten. Das ist eigentlich die größte Gefahr, die Distanz. Im Prinzip schon, ja, im Prinzip schon. Zumindest auf dem Papier auf jeden Fall, ja. Rostam Ibrahim wieder im Einsatz, im Halbschwergewicht. Finde ich gut, muss ich sagen. Finde ich schön, dass der bei Universum seine Chancen jetzt bekommt. Finde ich auch gut gematcht, so vom Gegner her, was dessen Kampfrekord angeht. Also das passt dann wieder ganz gut zusammen. Gegen Chico quasi, der kommt mit 5-0 rein. Das muss man natürlich noch dazu sagen. Ein Niederländer. Kann ich persönlich, kann ich den nicht einschätzen, muss ich sagen. Der hat bisher nur in Niederlanden und in Belgien geboxt. Aber interessant, das passt für mich auf dem Papier, sieht das für mich nach einer guten Paarung aus. Der angesprochene Senat Gashi ist wieder da. Der ist auch wieder da, genau. Nach der Niederlage gegen Marcos Antonio Aumada, bekannt als El Flacco. und war schon Opfer von La Duet, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Ja, das war der letzte Kampf bei ihm. José La Duet in Runde 1, das ist ja K.O. Ah ja, ich erinnere mich. Gegen Tyschenko hat er auch schon geboxt bei, weiß nicht, ob das noch mit Fächer da zusammenhing oder sowas. Der kommt auch aus dem Cruiser eigentlich. Okay, ja. Also der muss auch, das ist auch so ein Kategorie-Schlichtsieg. Der muss schnell wieder nach Hause. Muss man sagen. Ansonsten dann noch einmal kurz im Paket. Im Weltergewicht Sevak Mirojan in seinem dritten Profikampf gegen Wilson Mendes. Im Cruisergewicht Elvius Sendro von Boxen im Norden. Ist ja auch so ein Knock-Outer, trifft auf East Van Zeller, so einen der beliebtesten Journeymen, die immer wieder im deutschen Ring stehen. Im Weltergewicht erneut Freddy Kivitt gegen Octavian Grati. Im Halbschwergewicht Alexander Tupil gegen Peter Orlik. Im Superwälter bzw. Halbmittelgewicht Hannah Hansen, die auch der letzte Universum-Kart auch geboxt hat mit ihrem zweiten Profikampf jetzt gegen Claudia Wick. Im Halbmittelgewicht Aydin Reitz gegen Christian Santa im Leichtgewicht Ilyas Kalush. Gegen Attila Cherekie. Und dann noch ein Debutant, Anas El Abid im Mittelgewicht gegen Pal Ola. Und ich muss schon sagen, meiner Meinung nach, ehrlicherweise, zumindest vom Papier her, sind doch wirklich sehr, sehr viele Paarungen, die sehen für mich ehrlich gesagt so ein bisschen nach Kleinringveranstaltungen aus. Also ich finde, da ist schon teilweise wirklich sehr viel Vorsicht gegangen worden jetzt bei den Gegnern. Ja, das stimmt. Ich muss nur noch sagen, dieser Octavian Grati ist auch so ein Typ, wo der Rekord schlechter aussieht als der Typ selbst. Also der gegen den Freddy Kivitt boxt. Der hat ja gegen bei EC Boxing, wer ist sein Welter? Gökcek, genau. Gegen den hat er geboxt und das war ein sehr ansehnlicher Kampf. Den konnte man bei YouTube verfolgen. Also ich glaube, das könnte auch eine gute Nummer werden. Aber klar, das sieht jetzt schon mal auf dem Papier schlecht aus und die anderen sind jetzt auch nicht so spannend. So sieht es zumindest aktuell aus, ja. Das muss man leider sagen. Viele, die da auf der Undercard stehen, die haben ja jetzt auch noch nicht so viele Kämpfe, wo man da auch dazusagen muss, also wer soll da jetzt auch erst mal kommen. Da wird man wahrscheinlich jetzt nicht gleich die Leute ins Feuer schicken. Nein, 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 das ist richtig. Aber es sind schon ein paar von denen, ich sage mal, es gibt dann trotzdem ja noch ein paar Regale dazwischen, sage ich mal. Ja, ja, natürlich. Warten wir ab. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der uns überraschen kann. Das mag ja durchaus auch möglich sein. Keine Ahnung. Es sind auch einige Sachen dabei, die kann ich gut verstehen, wie zum Beispiel bei Ilyas Kalush. Der ist ja zuletzt im Juni gegen Vladislav Varanov so überraschend K.O. gegangen auf einer Universum-Card. In Runde 1 noch. Da gar keine Frage, dass man da vorsichtig ist. Das spreche ich überhaupt nicht. Ich möchte gar keine Absprache halten. Aber ich weiß nicht. Ich meine, Senat Gashi muss da auch ein bisschen mehr gehen, theoretisch. Ich meine, naja, gucken wir mal. Vielleicht ist ja trotzdem manchmal der eine oder andere Kampf dann dabei, der dann doch noch ein bisschen mehr abliefern kann, als er vielleicht im Vorfeld auf dem Papier aussieht. So, dann bleiben wir am Samstag und wir bleiben auch in Deutschland, zumindest noch ganz kurz die Erwähnung, noch eine kleine Veranstaltung haben wir auch noch im Bauersportcenter. Ich würde jetzt einfach mal ziemlich sicher behaupten, muss eigentlich von Leon Bauer und seiner Familie sein, weil er kommt aus Hatzenbühl. Ja, so viele wird es da nicht geben, die das betreiben. Vermutlich, ja, in Rheinland-Pfalz. Eine Karte noch mit zwei Kämpfen, einmal im Schwergewicht. Umut Shamkiran, der von seinem 15. Profikampf steht. Der steht aktuell noch 14 zu 0. Ungeschlagener Türke aus Saulgau in Baden-Württemberg. 14 zu 0 mit 13 Knockouts. Der trifft auf Morgan de Soh. Würde ich jetzt mal behaupten, dass man das wahrscheinlich so ausspricht aus Frankreich. Ja, würde ich auch sagen. Vermutlich. Und dann haben wir noch eine zweite Karte. Anatoli Muratov im Mittelgewicht gegen Malkas Suyashvili. Beide Kämpfe aktuell hier, zumindest bei Boxrec, auf sechs Runden angesetzt. Aber, ja, finde ich eigentlich auch ganz nett, weil so ein bisschen gefühlt Sommerpause hatten wir jetzt, glaube ich, schon in Deutschland. Irgendwie schon, ja. Also, ich meine, ich habe jetzt auch nicht dann alles gesehen. Fächer ist ja aufgrund von Bild an mir vorübergegangen. Ja, deshalb hat sich das für mich die Pause ein bisschen länger angefühlt. Aber, ja, irgendwie schon ist es ein bisschen ruhiger geworden, auf jeden Fall, ums Boxen. Und ich finde, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es auch wichtig, ich meine, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie die Situation in Deutschland ist, aber ich würde fast vermuten, auch nicht gerade besonders gut. Aber ich habe letztens noch gelesen, dass in England auch so ein bisschen, ich meine, man hat ja eigentlich nicht den Eindruck, dass in England jetzt groß Pandemieschäden im Boxen entstanden sind, sage ich mal, ein bisschen oberflächlich betrachtet. Aber ich habe trotzdem letztens noch gelesen, dass es doch deutlich weniger Kleinringveranstaltungen gibt. So kleinere Promoter, die einfach irgendwo in kleineren Hallen mit 400, 500 Zuschauern oder 1000, 1500 Zuschauern ohne TV-Partner oder so Sachen, die man eben nicht so oft mitkriegt. Aber Sache natürlich, die sehr, sehr, sehr vielen Boxern, der ganzen Basis im Prinzip, Not und Brot bescheren regelmäßig. Und die sind in England wohl auch deutlich eingebrochen, einfach aus offensichtlichen Gründen. Es ist halt nicht jeder, Eddie Hearn hat so einen Mordsgarten oder ist irgendwie Frank Warren und kann dann sagen, hey, ich kann da trotzdem noch was auf die Beine stellen. Also vielen fehlt da halt einfach die Knete. Also das ist bei uns auch nicht, das merkt man ja schon so, die kleinen Veranstaltungen, die irgendwo dann immer mal in Rheinland-Pfalz, NRW oder auch in Bayern oder sonst wo noch sind. Ja, ja, also genau. Und die sind einfach unheimlich, unheimlich wichtig, finde ich, für die Breite im Sport. Und ja, da muss man sagen, da freut es mich natürlich, dass jetzt ein bisschen was in Rheinland-Pfalz ist, jetzt am Wochenende wenigstens. Und ich drücke echt die Daumen, dass das vielleicht Stück für Stück wieder ein bisschen anziehen kann in den nächsten Monaten. Das wäre allen zu wünschen. So, und dann springen wir ins internationale Geschehen in die T-Mobile Arena in Las Vegas, wo wir eigentlich sprechen wollten über Manny Pacquiao gegen Errol Spence, den vielleicht größten Kampf im Sommer, zumindest was die Namen angeht. Und dann kam Anfang der Woche dann doch die Hiobsbotschaft, kann man nicht anders sagen, auch echt überraschend, denn Spence hat es nicht gewusst, es ist erst bei der medizinischen Untersuchung am Anfang der Woche rausgekommen, mit einer Netzhautablösung im Auge, ja, ist er quasi relativ kurzfristig aus dem Kampf genommen worden, ging nicht. Und zum Glück konnte man schnell reagieren und ich finde auch wirklich gut reagieren. Pacquiao bleibt im Ring am Samstag und sein neuer Gegner ist Jordanis Ugas aus Kuba, der ja eigentlich den Co-Main-Event bestritten hätte. Und ja, ich muss sagen, das ist natürlich klar, Pacquiao Spence ist natürlich auch vom Namen her und so weiter. Klar ist das nochmal ein anderes Level, aber Ugas ist so die Kategorie High Risk, Low Reward, würde ich sagen. Also ein unangenehmer Gegner, wirklich guter Mann. Er hält auch aktuell den WBA-Supertitel, den man Pacquiao ja abgenommen hat. Das heißt, er kann jetzt der Champion in Recess bei der WBA, kann theoretisch jetzt im Ring sich direkt den Gürtel zurückholen gegen Ugas. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, es ist interessant, es ist spannend, weil, ja, so kurzfristig auf dem Niveau sich jetzt nochmal auf einen anderen Gegner vorbereiten, der jetzt aber nicht so richtig eigentlich den Ersatzgegnercharakter hat. Ich weiß nicht, also Pacquiao gegen Ugas wäre, wenn man das jetzt von Anfang an so angezogen hätte, meiner Meinung nach auch ein absoluter Hauptkraft gewesen. Ja, also auf jeden Fall. Natürlich, sich in letzter Sekunde nochmal umstellen gilt natürlich für beide. Aber ich denke mal, die Motivation bei Pacquiao könnte sein, er holt sich sein Gürtel zurück, je nachdem, wie sehr ihn das noch interessiert. Ich glaube nicht besonders, aber bei Ugas ist das so, der kann natürlich viele Kritiker jetzt in die Schranken weisen und sagen, hey Leute, ich bin eine ganz solide Nummer, ja, ich habe das nicht nur alles am grünen Tisch bekommen. Und der stand ja wirklich schon mehrfach in der Kritik, wo die Leute gesagt haben, was will denn der da oben überhaupt und alles. Und ich denke, der wird heiß wie Frittenfett sein. Und vorbereitet ist er ja auch. Er hat ja nicht gesagt, oh was, ja gut, dann boxe ich nächste Woche. Sondern er hat sich ja vorbereitet, er stand ja in der Wettkampfvorbereitung, um sein super duper Gürtel da zu verteidigen. Genau, am gleichen Datum, wie gesagt, das wäre die gleiche Veranstaltung gewesen. Der wird keine Probleme haben, plötzlich Gewicht machen zu müssen, jetzt irgendwie in der letzten Vorbereitungswoche vor dem Kampf am kommenden Samstag. Absolut nicht. Also ich rechne mit einem super interessanten Kampf im Weltergewicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde auch echt, ja, ich muss mir auch ganz ehrlich sagen, es tut mir ein bisschen schwer, hier einen Favoriten zu sehen, ehrlich. Weil Ugas ist echt ein unangenehm zu boxender Typ. Und stilistisch sehe ich den doch noch deutlich anders als Spence. Und ja, ich meine, wenn man sich seinen Kampfrekord so anguckt, die letzten Kämpfe, das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus insgesamt. Gegen Abel Ramos, den hat er total dominiert, keine Ahnung, warum das das Split-Stition geworden ist damals. Also das täuscht darüber hinweg, dass er den eigentlich für meinen Befinden klar gewonnen hat. Der Sean-Porter-Kampf, den hätte man ihm auch geben können. Das ist die Niederlage 2019 gewesen, seine letzte Niederlage. Figaroa auch besiegt. Genau, und der ist wirklich richtig, Figaroa auch besiegt dann 2019 noch. Der ist schon auf einem guten Run, auf jeden Fall. Und das ist ein absolut legitimer Top-10-Mann da im Limit. In einem natürlich furchtbar starken Limit. Und von daher, finde ich, muss ich auch echt ein Lob an die Veranstalter aussprechen. Ich glaube, man hat das Event doch ganz gut gerettet. Weil das hätte ja eigentlich auch wirklich den Knockout bedeuten können für die Carlsans. Ja, also das sehe ich auch so. Ich glaube, das wird trotzdem eine spannende Nummer. Das schaue ich mir gerne an. Dann noch ein schneller Blick aufs Vorprogramm, auf die Undercard da. Im Federgewicht haben wir dann noch Marc Magsayo gegen Julio Ceja. Ebenfalls im Federgewicht Carlos Castro gegen Oskar Eskandon. Und im Weltergewicht ein Kampf, wo ich wirklich grinsen muss. Victor Ortiz gegen Robert Guerreiro. Ein Kampf, wo ich mich wieder deutlich jünger fühle. Ein Kampf, wo ich denke, 2013. Also wirklich, da muss ich sagen, das weiß ich. Irgendwie muss ich, am Anfang habe ich gedacht, warum? Und mittlerweile denke ich, ich freue mich drauf. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, das wird eine ordentliche Schlacht werden zwischen den beiden ehemaligen Champions. Und ja, keine Ahnung, wie man die einschätzen kann heute. Aber irgendwie... Auf jeden Fall eine kleine Zeitreise, ja. Hat irgendwie was. Ich habe die beiden schon lange nicht mehr im Ring gesehen. Und ich habe dann irgendwann mal gehört, dass Ortiz der Ambition hat, zurückzukommen. Dann habe ich das aber nicht mehr so genau verfolgt. Und es wurde auch wieder ruhig. Und... Februar 18, sein letzter Kampf. Und bei Guerreiro ist der letzte Kampf September 19. Also die sind wirklich lange raus. Fast zwei Jahre bei Guerreiro. Aber natürlich, wenn jetzt im Welter da so viel los ist, möchte man sich wahrscheinlich als Ex-Champ auch nochmal eine Scheibe abschneiden. Ich denke, da geht es natürlich jetzt... Der Presse gegenüber nochmal darum, Weltmeister zu werden. Aber ich denke mal, da wird auf ein Payday geschielt. Vermutlich, ja. Mit dem guten Namen. Vermutlich. Bei der PBC, weißt du nie, das kann schon durchaus sein, dass die da nochmal einen irgendwo reinlügen. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass Ortiz erst 34 ist. Ich hätte gedacht, der wäre schon einen Ticken älter. Guerreiro 38, das hätte ich jetzt so ungefähr eingeschätzt. Aber Ortiz war halt damals sehr jung. Der war super jung, du hast absolut recht. Absolut recht, ja. Ja, weiß ich nicht, irgendwie... Wird, glaube ich, ganz cool. Oder es wird halt ein Stinker, muss man fast sehen. Glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Also stilistisch, weiß ich nicht. Aber so vom Gefühl her kann ich mir das schwer vorstellen. So, dann blicken wir zurück aufs vergangene Wochenende. Einmal ganz kurz zum Freitag in Dubai, wo Anthony Sims Jr. per TKO in Runde 9 im Supermittelgewicht gegen Hernan David Perez gewonnen hat. Dann im Cruisergewicht noch Mike Perez mit dem KKO in Runde 4 gegen Toni Salam. Und im Halbmittelgewicht Austin Trout gegen Alejandro Davila mit einem einstimmigen Punktsieg. Und das wollen wir natürlich nicht vergessen, Ramona Gref im Leichtgewicht bei den Frauen mit einem erfolgreichen Profidebüt für die ehemalige deutsche Meisterin bei den Amateuren hat Karina Kopinska einstimmig nach Punkten besiegt. Es schien aber da teilweise etwas knapp zu sein. Ich habe den Kampf leider nicht gesehen, aber Oliver Brien hat 39 zu 38 gewertet. Also das war ja dann vielleicht ein enges Höschen. Vielleicht, dafür haben wir auch eine 40-36 bei René Fiebig, wer weiß. Also ohne es gesehen zu haben, unmöglich jetzt irgendwie was zu sagen, aber vielleicht kann es sein, dass da, es ist zumindest davon auszugehen, dass vielleicht zwei Runden deutlich enger waren als jetzt klare Dominanz. Aber zumindest am Ende ein erfolgreiches Debüt und wir können auf jeden Fall festhalten, definitiv, wie angekündigt, eine BDB-Card in Dubai. Das kann man nicht anders sagen, denn das komplette, ja, Caroline Pütz, René Fiebig, Oliver Brien gerade angesprochen, Henrik Schramm auch noch, unter anderem das komplette offizielle Team im Prinzip, fast das komplette aus Deutschland. Also was ich noch sagen muss, nur mal kurz, weil ja momentan die WBA-Schelte so populär ist, ich habe den Hauptkampf gesehen, Simms Junior gegen den Hernan David Perez und das war ja so ein Mismatch. Also Simms mit 20 und 1 und Perez mit 8 und 3 boxen um die WBA-Interconti-Nummer da. Und ja, also der Perez war ja eigentlich in jeder Runde mindestens einmal angeklingelt und ja, also der hat eine richtige Packung bekommen und also das passte hinten und vorne nicht zusammen, dass sie irgendwas boxen, was dann einen für eine sekundäre WM da irgendwie anbietet. Also der Simms hätte einen ganz anderen Gegner gebraucht, wenn diese Gürtel legitim sein sollten. Ja, also diese Interconti- und International-Gürtel, da muss man sowieso sagen, da kann ja keiner so wirklich folgen, wie auch, ich weiß, gibt es überhaupt Ranglisten davon? Ich kenne keine, ganz ehrlich. Also das wird doch auch ausgewürfelt. Ja, ich sage mal so, Perez Salam, das war, das ging zwar auch schnell aus, aber das war wenigstens von den Kampfrekorden her ein bisschen mehr gebalanced. Ja, aber, naja, schöner Karo immerhin. Zu WBA kommen wir ja nachher noch. Wir müssen aber zuerst zum vergangenen Samstag nach England, zum letzten Mal in, nee, nicht in diesem Jahr, ich glaube, oder sind sie noch mal? Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie noch mal im Garten sind. Ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall die erste, das erste Trilogie. Das erste Fightcamp ist gelangt. Das erste Fightcamp ist beendet, aber ich bin mir nicht sicher, ob nicht Warrington, Lara, egal. Ja. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall zum letzten Mal, jetzt erst mal im August im Matchroom Square Garden, das kann man auf jeden Fall sagen, live of the zone natürlich für alle zu sehen gewesen und auch immer noch real life. Joshua Boazzi mit einem TKO-Sieg in Runde 11 gegen Rickards Bolotnix. Damit wissen aufmerksame Nachschlag, Hörerinnen und Hörer von der vergangenen Woche, dass wir die Wette verloren haben. Das war ganz schön bitter, ja. Kann man nicht anders sagen. Muss ich so sagen, ja. Aber ich muss wirklich sagen, ich fand, es war ein richtig guter Kampf. Ich fand, es war ein richtig, richtig guter Kampf, weil Bolotnix einfach, man verzeihe mir jetzt auch hier den Ausdruck, mir fällt gerade nichts Besseres ein, aber auch hier so mit Eiern aus Stahl ungefähr, da unterwegs im Ring war und eingesteckt hat und runterging und in Runde 6, ja, nach diesem halb Uppercut, halb linken Haken von Boazzi, als er da runterging, das war ja schon so ein Schlag, der wirklich, also, das war ein Volltreffer. Ja. Und dann gewinnt der Runde 7 und 8 bei mir, zumindest bei meinem Zettel. Ja, bei mir auch, ja. Wo ich dachte, dreht er das Momentum jetzt tatsächlich noch, weil wenn man eins von Bolotnix weiß natürlich, dass er unfassbar zäh ist und dass er auch gerne nochmal die dritte Luft holt, und, ähm. Der hat sich auch richtig geärgert über das vorzeitige Ende, der, der war ja total bedient dann hinterher. Dann kam wirklich dann, äh, Boazzi wirklich, ähm, der dann übrigens in Runde 8 auch noch einen Punktabzug bekommen hatte, wo es dann auf meiner Karp nach 8 Runden tatsächlich verhältnismäßig eng sogar war, ne, ähm, muss ich sagen, weil zwischendurch saß ja nach Runde 6 saß ja aus, als wenn das ja eine absolut dominante Nummer wird. Ja. Ähm, und dann, ja, in Runde 11, ähm, kommt Boazzi durch mit einer wirklich überragenden Rechten, ne, so einer Overhand Ride, die ihn wirklich dann im Prinzip in die stabile Seitenlage eigentlich direkt versetzt hat, ne, Polotniks, muss man so sagen. Und dann war das Ding, dann war das Ding wirklich vorbei. Ich hatte vielleicht so ein bisschen den Eindruck, vielleicht war es auch ein bisschen eine Mischung aus Frustration und Erschöpfung, die ihn dann unten gehalten hat. So, weiß ich nicht. Ich hätte das aber ansonsten als Ringrichter auch abgebrochen, weil man hat halt gesehen, das linke Auge war ja ziemlich geschwollen. Und der hat den Kampf, äh, den Kampf, den Schlag überhaupt nicht kommen sehen. Und deshalb konnte er ihn überhaupt das auch so kalt erwischen, an der Schläfe dann auch noch treffen. Und dann hat er einfach keine Kraft im rechten Bein gehabt, um das nochmal abzufangen. Und ist ja dann, wie du gesagt hast, in die stabile Seitenlage, das passt eigentlich ganz gut. Und, ähm, ja, ich muss sagen, ich habe mich nicht nur, ähm, ja, um unseres Tipps Willens geärgert, sondern ich hatte auch gedacht, so, ähm, ja, also die ersten Runden waren für mich schon ziemlich hart, muss ich sagen, weil ich Bolotnix gedacht hätte, der legt wieder los wie die Feuerwehr und überrennt den Boazzi vielleicht erstmal, dass er damit überfordert ist. Aber der hat da schon gezeigt, dass er eine gute Amateurlaufbahn hatte und hat das ja so gut mit dem Chap geklärt, wie Serge Michel zum Beispiel gegen Bolotnix nicht gelungen war. Obwohl er ja auch einen guten Chap hat und das probiert hat. Aber, ähm, ja, Boazzi hatte halt auch nochmal ordentlich Dampf in beiden Fäusten. Und, ähm, ja, für ihn freut es mich natürlich, dass er jetzt auch bei uns, ja, einiges gut gemacht hat. Absolut. Nachdem wir bei dem letzten Kampf gesagt haben, mega, ähm, mega Knockout, ne, feiern jetzt alle ab. Aber der Gegner war natürlich überschaubar. Und dass ihm jetzt natürlich ein, würde ich schon sagen, auch sehr ansehnlicher oder ähnlicher, ne, also ähnlich guter, ähm, in dem Fall steht jetzt TKO drauf, weil für mich war das auch ein K.O., ja, also das ist einfach meine Ansicht, weil Einschlag und Bumm, ja. Ja. Aber, ähm, ja, also, dass ihm das gelingt gegen so einen Mann, Hut ab, ja. Also, der kann sich jetzt wirklich, ähm, da im Halbschwergewicht einiges auf die Fahne schreiben. Sehe ich ganz genauso. Also wirklich, ich fand, ähm, dass es auch durchaus riskantes Matchmaking war, weil Bolotnix ist jemand, äh, auf den ersten Blick sieht man den Kampfrekord. Jetzt viele, ich hab das halt auch bei Twitter zum Beispiel, äh, gesehen, viele haben gemeckert über den Kampf, als er angekündigt wurde und so. Ja, also, da hieß es auch. Die kennen den Bolotnix halt einfach nicht. Genau, die haben sich da so ausgekotzt. Der im Halbschwer ungeschlagen war. Wie wenig Ahnung habt ihr denn? Und habt aber den, habt aber The Zone oder sowas abonniert und, äh, meint, dass ihr euch mit dem Boxen auskennt. Und dann heißt es so, ach ja, das ist ja wieder so eine komplette, äh, Pushover-Card, ja, alle Gegner sind pfeifen und, und, und. Na, ich sag, also, also, wenn jetzt McKinson mit 20 und 0 gegen diesen Runowski mit 19 und 1 da boxt, wo ist denn das Mismatch? Ja, gut, also, da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, da, im Töster von Lovejoy, sag ich da nur. Also, ja, trotzdem. Also, der, nee, das war ein Mismatch. Ja, das war dann eine sehr eindeutige Nummer, aber ich hätte tatsächlich den Runowski ein bisschen mehr ausgerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, okay, gut, das kann man, klar, das mag natürlich sein, aber im Endeffekt muss man sagen, die Karte hat sich als sehr schlecht herausgestellt, bis auf den Hauptkampf, meiner Meinung nach. Ja, ja, das war, also, das ist, das ist wahr, das wollen wir auch nicht schön reden so, aber ich, ich denke mal so von, von dem, wie die Leute gematcht waren auf dem Papier, war das in Ordnung, ja. Die Kämpfe fand ich alle wirklich ziemlich schnarchig, das muss ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, bis auf den Hauptkampf, aber so allgemein zu sagen, jetzt schon wieder, ja, und da auch den Hauptkampf so anzubrangern, also, die letzten Kampfe haben, die waren auch absolut in Ordnung, also, ich verstehe nicht, wie man mit diesem Abo unzufrieden sein kann. Ja, vor allem, das kostet momentan in England ja nur zwei Euro, ne, zwei Pfund. Ja, eben, ganz genau. Im Monat, also, die haben ja doch momentan diesen Schnupperpreis da, ich weiß nicht, wie lange der geht. Zu Wazi noch kurz, finde ich super, dass du den Jab angesprochen hast, ganz, ganz wichtiger Faktor hier gewesen, was ich persönlich noch fand, was man auch gesehen hat, das war auch gut angesprochen worden von, ich muss auch echt mal positiver vorheben, Mike Costello und Andy Lee, ich fand die großartig, als Duo, als Kommentatoren. Costello ist ja zum ersten Mal dabei gewesen, nachdem der bei Olympia war, der ist ja der neue Head-Kommentator bei The Zone und die haben mir echt gut gefallen und die haben sehr früh angesprochen, die Balance angesprochen von Wazi und das war, finde ich, auch ein ganz wichtiger Faktor hier gewesen, denn Wazi war etwas schneller, natürlich, als Bolotniks, aber er verliert irgendwie auch nie das Gleichgewicht oder nie so wirklich und das hat häufig dazu geführt, das war zum Beispiel auch bei dem ersten Niederschlag in Runde 6 so, dass eigentlich beide den linken Haken geschlagen haben, es war fast so eine Situation wie bei Deines gegen Beterbiev, wo Wazi einfach schneller da war und das liegt dann einfach unter anderem daran, dass er einfach so einen guten Stand hat und natürlich auch schnell ist und das war auch so ein wichtiger Faktor, mit dem Bolotniks dann nicht so gut zurechtgekommen ist, plus natürlich dieser wirkliche Dampfhammer-Jab, auch der wirklich gestochen scharf kam und das Auge, ja, wie du schon richtig angesprochen hast, echt mitgenommen hat und jetzt bleibt als letzte Frage zu dem Kampf hier vielleicht noch, also wie es mit Bolotniks weitergeht, das würde ich jetzt mal ganz sicher sagen, der kann einfach direkt wiederkommen, meiner Meinung nach, gegen irgendwas aus dem Top 15 oder so, Top 20, Anthony Yard, Lyndon Arthur, wenn er vielleicht nochmal in England versuchen will, halte ich alles für gute Kämpfe. Callum Johnson? Also, ich meine, es wäre natürlich für ihn jetzt so von der Gegnerschaft her eventuell nochmal ein Rückschritt, aber der Ralfs Wilkans hält ja auch den WBC-Gürtel jetzt im Halbschwer und da hätte man auch ein schönes Letten-Duell. Den WBC International, glaube ich, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Da kann man ja dann bei der WBC, ja, nee, aber dann kann man ja bei der WBC mit dem International-Gürtel sich ja für höhere Aufgaben dann anbieten. Das stimmt, das stimmt. Das ist ein nettes lettisches Duell, da hätte ich auch nichts dagegen. Das ist der Weg. Ja, absolut, absolut, absolut. Ja, und bei Boazzi ist ja auch so ein bisschen die Frage gestellt worden, ist er jetzt schon bereit für Leute wie Bivol und Beterbiev oder vielleicht auch Joe Smith Jr. natürlich wäre auch noch zu nennen da. Also, ich muss sagen, ist schwer einzuschätzen natürlich jetzt, wie es da aussieht, aber für Boazzi gibt es tolle Optionen. Ich muss echt sagen, ich fände auch, ist vielleicht jetzt auch noch ein bisschen früh, aber Callum Smith kommt ja hoch vom Supermittel ins Halbschwer, das wäre eine Matchroom-interne Nummer. Ich fände Smith gegen Boazzi echt cool, muss ich sagen. Und ich fände auch Boazzi gegen Gilberto Ramirez zum Beispiel auch irgendwie. Also, da gibt es schon einiges. Und zu Bivol und Beterbiev, muss ich halt sagen, das passt mit den Bays gut. Boazzi, Bivol. Das stimmt. Das geht einem so gut raus, das sehe ich auch gut auf einem Plakat. Also, Bivol würde ich ihm jetzt so ganz genervt. Von Bivol würde ich jetzt mal sagen, das traue ich ihm schon mal zu. Ja, das kann sein. So, ganz schnell noch kurz. Julius hat es eben schon mal kurz angesprochen. Im Weltergewicht Michael McKinson mit einem einstimmigen Punktsieg gegen Shemislav Runovsky. Im Federgewicht, noch bevor die Dazone-Übertragung begonnen hat, also offiziell auf dem Dazone-Stream begonnen hat. Raymond Ford mit einem TKO in Runde 3 gegen Reese Belotti. Cash Farouk, das fand ich persönlich noch relativ ansehnlich, gegen Luis Gerardo Castillo mit einem einstimmigen Punktsieg. Da, die, wirklich eine Besonderheit, die ich vielleicht noch kurz mal ansprechen wollte. Ja. Denn Castillo ist tatsächlich, ich weiß nicht, wer das nicht mitbekommen hat oder so, der ist tatsächlich taubstumm. Und das war wirklich eine faszinierende Geschichte, auch im Vorfeld. Hat es da ein bisschen Berichte dann drüber gegeben. Sein Trainer dann natürlich mit Zeichensprache in der Ringecke, aber auch zum Beispiel die Signale wie die 10 Sekunden oder die Glocke, die dann irgendwie mit dem unteren Ringseil wackeln oder so, habe ich das verstanden, des Trainers angezeigt werden für ihn, weil er natürlich nichts hören kann. Also wirklich, hat mich echt fasziniert, muss ich sagen. Habe ich vorher noch nie gehört, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob dir sowas schon mal untergekommen ist. Das hatte ich auch noch so, noch nicht mitbekommen. Ich hatte mal gesehen, Boxen für Blinde in Afrika, das fand ich auch sehr interessant, aber das ist natürlich komplett entfernt vom normalen Profiboxen. aber von einem taubstummen Profiboxer, also bis du mir das gesagt hast, habe ich mich nur gewundert so, also dass der so sehr laut boxt, sage ich jetzt mal so, also die gibt es ja immer, die Kollegen, aber bei ihm war das schon besonders auffällig und dann kam von dir der Hinweis, also das macht das natürlich wieder zu einer absolut spannenden Geschichte nochmal. Absolut, ja, absolut. Und im Leichtgewicht wirklich auch Statementsieg, keine Frage, Joe Cordina mit einem K.O. in Runde 1 gegen Joshua Hernandez, das war auch so ein K.O. des Monatskandidat, würde ich sagen, also der hat ja auch nochmal auf dem Boden, nochmal gut Meter gemacht nach dem Schlag, würde ich sagen. Im Super-Federgewicht Selfer Barrett mit einem TKU in Runde 4 gegen Violet Simeon und im Super-Bandang-Gewicht Hopi Price gegen Claudio Grande mit einem einstimmigen Punktsieg und ja, das vielleicht nochmal eben abschließend, also die Reihenfolge, Hopi Price, Cash Farouk, Michael McKinson, die war doch, die Kämpfe waren ziemlich einseitig, K.O.s waren gar nicht in Sicht, ne, da musste ich sehr mit mir ringen, ja, also, ähm, das war wirklich, ach, das war schon nicht, nicht besonders, besonders gut gematcht, sag ich mal, muss ich auch ehrlich sagen, das war, habe ich jetzt noch positiv ausgedrückt, ähm, so, dann kommen wir zum Star in Frisco, Texas, im, ich glaube, wenn ihr das nicht verstanden habt, ist das die Trainingsanlage der Dallas Cowboys da irgendwie, ähm, das habe ich auch gehört, ja, äh, ganz spannend auf jeden Fall, äh, wir bleiben beide so in der Nacht, dann nämlich von Samstag auf Sonntag, auch das ist natürlich noch real life zu sehen, wer es noch nicht gesehen hat, Golden Boy Promotions mit Virgil Ortiz gegen Egidius Cavaljauskas im Weltlergewicht und, was soll ich sagen, erneut täuscht Ortiz nicht und das nicht nur aus Ergebnissicht, sondern auch aus, ja, Spektakelsicht, muss man einfach sagen, wenn der Typ im Ring steht, ist wirklich was los, äh, er gewinnt durch K.O. in Runde 8 gegen Cavaljauskas in einem, wie ich fand, richtig, richtig guten Kampf, in dem es schwer hin und her ging, in dem Ortiz in Runde 2 ziemlich in Nöten war, er hat zwar im Interview danach gesagt, es wäre nicht so schlimm gewesen, wie es aussah, ähm, aber er wurde gut getroffen, also ich fand schon, dass er da nach diesem Aufwärtssaken von Cavaljauskas doch wirklich, in Bedrängnis geraten ist, aber unheimlich beeindruckend. Das hat man sich ein bisschen schön geredet, fand ich, Ja, hat man auf jeden Fall, aber ich fand, umso beeindruckender, wie er danach zurückgekommen ist, denn, äh, Cavaljauskas ist ja nun auch wirklich ein Topmann im, äh, Weltergewicht, also Topmann, jetzt nicht die allererste Reihe, aber dahinter ist das schon jemand, ne, also, Ich finde den super. Ich finde den auch super. Vor mir musst du dich dafür für die Aussage nicht, äh, irgendwie entschuldigen. Rechtfertigen, ja, ja, ähm, und da finde ich schon, hat Ortiz auch wirklich was bewiesen, Ortiz hat bewiesen, auch wenn es mal irgendwie, äh, ziemlich brenzlig wird und so weiter, behält er seine Linie, kommt danach zurück und, boah, das ist, ähm, ja, ich bin, ich bin weiterhin echt begeistert, muss ich wirklich sagen. Wie geht's dir? Das war schon so ein bisschen, äh, Feuertaufe, wie bei Garcia gegen Kämpfer. Ja, ähnlich. Wo der mal unten war und dann gezeigt hat, er hat trotzdem Kinn. Ganz so schlimm ist es ja für Ortiz in dem Fall nicht ausgegangen, nachdem er ja dann doch nicht angezählt wurde, ähm, aber ich denke mal, es war ähnlich brenzlig. Mhm, würde ich auch sagen. Ja, ich muss wirklich sagen, ich war auch von dem Kampf absolut begeistert und, ähm, ja, Kavelli Ausgast ist auch in der Niederlage nach wie vor absolut stabil, ja, muss ich sagen, der kann im Welter für jeden nach wie vor eine Herausforderung, ob er jetzt so stark wie das besetzt ist, nochmal irgendwann Weltmeister wird, ist natürlich fraglich, ich glaube nicht, aber... Nee, das glaube ich auch nicht, aber das ist schon, ähm... Wie fit der auch war, unglaublich. Ja. Der sah ja, der sah ja aus wie Mittelgewicht oder so. Mean Machine eben, Tennisball, Bizeps und alles, ja. Ja, Kavelli Ausgast war wirklich, er war wirklich super fit und dann muss man echt sagen, dass Ortiz ihn dann am Ende insgesamt viermal runterschickt, ne, ähm, das ist schon, das schon wirklich, wirklich stark. Und halt mit diesem Chap, du hast den Chap bei Guazi angeschrieben. Der Chap war auch toll. Und das waren ja zwei Niederschläge mit diesem Chap, das war ja, der Power Chap wurde ja angesprochen. Wirklich, wirklich, ja, absolut, richtiger Power Chap. Ich weiß jetzt nicht, ob du darauf hinaus möchtest, möchtest du zu dem Kampf noch was sagen? Ich hätte jetzt eher versucht, ein bisschen nach vorne zu blicken. Gerne noch. Genau, nee, deshalb wollte ich nämlich sagen, du hast vorhin das angesprochen, zur WBA kommen wir noch. Das war ja auch für mich, da waren ja mehrere Niederschläge dabei, als Chris Mannix gegen die WBA ausgeteilt hat. Da kam ja ein Roast, falls du das mitbekommen hast in der Übertragung. Ja, ich fand auch sehr lustig, wie Ortiz nach dem Kampf so, keine Ahnung, wurde ja so ein bisschen gefragt, geht's jetzt weiter, keine Ahnung. Und dann hat er ja so im Prinzip jetzt sinngemäß gesagt, ach, keine Ahnung, es passiert so viel Scheiße im Boxen, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Das war auch wirklich sehr passend für die aktuelle Zeit. Ja, also, ich muss auch wirklich sagen, keine Ahnung, ist er bereit für Crawford? Das ist ja so eine Frage gewesen, die gestellt worden ist. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Er hat natürlich jetzt, wenn man den Quervergleich nimmt, Cavalier Ausriss eine Runde früher gestoppt, als es Crawford damals gelungen ist. Aber was sagt das schon aus? Im Prinzip gar nichts. Also, ich, Entschuldigung, einen letzten Punkt dazu. Ich hätte jetzt, für mich, wenn ich jetzt der Matchmaker wäre, würde ich jetzt sagen, vielleicht geht man jetzt so in die Richtung Danny Garcia. Das ist für mich so vielleicht der nächste Schritt, sag ich mal. Der hat auch noch einen größeren Namen als Cavalier Ausriss, den kennt ihr die USA. Deutlich mehr Leute natürlich. Der hat auch noch größere Namen im Kampfrekord stehen. Weil, Ortiz ist 23. Ich weiß, der ist jetzt schon ein Top-Tent-Weltergewichtler für viele, zu Recht. Aber der hat halt auch noch wirklich Zeit. Und ich finde persönlich, so ein Garcia wäre jetzt ein durchaus sinnvoller Schritt. Aber, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also, ich kann dir da nur recht geben, so ein Kampf gegen Danny Garcia wäre wahrscheinlich der vernünftige nächste Schritt. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn er jetzt gegen Crawford boxt und das dann so wie bei Teofimo Lopez gegen Domachenko so eine absolute Überraschung wird und dass da so ein Jungspund kommt und da dann doch mal überraschend gewinnt. Und ich muss auch sagen, Crawford ist in letzter Zeit irgendwie nicht so präsent. Von daher, ich habe ihn schon fast wieder vergessen. Also, vielleicht schlägt er ihn ja. Dann kann er da bleiben, wo er im Moment ist. Weg. Das wäre auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall eine große Nummer. Also, ich muss wirklich sagen, so, von all denen, die jetzt immer so groß gehandelt werden als die besten Pound for Pound und haben vereinigt jetzt gerade oder sowas, ja. Und da wird Crawford immer genannt, aber ich sehe den nie. Von daher, muss ich wirklich sagen, ich habe den langsam ein bisschen, habe ich ja ein bisschen Dicke. Auch bei Corona am Anfang, diese ganzen Sachen, ja, ihr glaubt nicht dran, dass es das gibt und sowas. guck dir mal an, wie viele Kämpfe ausgefallen sind oder so, ja, wegen der ganzen Nummer. Also, der hat mich zuletzt so genervt. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, Lopez hat länger nicht mehr geboxt. Ja, natürlich. Also, ich meine, den habe ich auch nicht mehr auf dem Zettel, ja, aber Crawford so, ja. Ja, man kann, also was Crawford angeht, kann man nur hoffen, dass Sean Porter, der Sean Porter-Kampf jetzt irgendwann in sehr nahe Zukunft kommt. Das ist für mich so eine überfällige Nummer und das ist, das ist ein super Kampf. Ja. Ja. Und Ortiz, ja, ich sage mal, gegen den Gewinner daraus, auch total gerne. Man muss auch ehrlicherweise sagen, also ich sehe das zumindest persönlich so, Ortiz ist auch noch so jung, auch ganz ehrlich, wenn er jetzt, wenn er gegen Crawford kämpft und verliert, ja und? Ja, ist ja wurscht. Der hat doch noch, der hat doch noch, der hat doch noch zehn Jahre plus Karriere vor sich. Ja. Wer interessiert das? Ja. Ich meine, ich meine, hat Canelo die Mayweather-Niederlage geschadet? Das ist doch das beste Beispiel. Ich weiß nicht, wie groß der ist, aber ich meine, der muss ja nicht ewig im Welter bleiben. Dann geht er ins Halbmittel und keine Ahnung, wenn du 23 bist und kannst du... Ortiz ist 1,78, also damit ungefähr so groß wie Joey D'Aveco. Ja, genau. Dafür reicht es nicht, aber ich sage mal, Halbmittel oder so, das ist absolut realistisch, klar, keine Frage. Ja. Das haben ja auch viele vorher schon gemacht. Genau. So, dann noch kurz, zumindest würde ich jetzt hier vielleicht den Co-Main-Event noch anfassen. Da wären wir bei Roger Gutierrez, die Trilogie gegen René Alvarado. Und Gutierrez hat seinen Upset-Sieg aus dem Rematch, auch im Rubber-Match, wiederholen können, gewinnt einstimmig nach Punkten und verteidigt einen sekundären WBA-Titel im Super-Federgewicht gegen Alvarado. Julius, ich weiß, du hast den Kampf gesehen, ich in dem Fall nicht. Vielleicht hast du noch zwei, drei Sätze dazu wenigstens. Ja, also ich kann jedem davon abraten, sich den Kampf anzugucken. Der war für mich alles andere als spannend. Es war irgendwie eng, aber aufgrund der Tatsache, dass beide irgendwie nicht so in ihren eigentlichen Kampf gefunden haben. Also ich finde, man konnte das am Ende schon Gutierrez geben, weil er hinten raus ja irgendwie immer ein bisschen besser ausgesehen hat und Alvarado nicht so seine Distanz gefunden hat. Aber das war auch weit davon entfernt, diese Schlacht zu werden, die alle erwartet haben mit Niederschlägen. So war ja der Upset gewesen, ja letztes Mal. Und da hatten jetzt viele mit Niederschlägen und ja, irgendwie alles Mögliche gerechnet und das kam nicht so. Also Gutierrez war eigentlich immer im Rückwärtsgang und Alvarado ist nicht richtig rangekommen. Hat aber auch genügend irgendwie gemacht, um zu sagen, es hätte auch ein Unentschieden oder sowas sein können. Es war einfach, ja, am Ende hatte der einen Cut gehabt. Also wer nur die zwölfte Runde gesehen hat oder sowas, hat gedacht, oh, da war aber eine richtige Schlacht irgendwie zugange. Nee, also wirklich, den muss man nicht gesehen haben, habe ich mich ein bisschen geärgert. Und ja, immerhin sein Bruder, um das mal noch zu erwähnen, der Felix Alvarado hat ja auch geboxt und hat den Ersatzgegner Israel Vazquez in Runde 1 da abgefrühstückt. Das war eigentlich ein schöner K.O., T.K.O., ja, und das hätte ich lieber nochmal gesehen. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, nicht zu verwechseln mit dem Israel Vazquez, der in den 2000ern mit dem gleichen Namen zwar, Da besteht keinerlei Vergleichsgefahr eigentlich. Genau. Verwechslungsgefahr. Ja, genau, genau. Und ja, wer diesen Roast übrigens von Chris Mannix, aus dem Experten-Kommentatoren-Team, sich nochmal anschauen möchte, der ist tatsächlich bei The Zone auf dem Kanal bei YouTube. Ah, okay. Da muss man eingeben, The Roast of WBA und dann kommt Chris Mannix irgendwie 30, 40 Sekunden lang, wo er sich nur auskotzt. Ja, gut, dass sie das hochgeladen haben. So, dann springen wir weiter. Wir bleiben in den USA im Dignity Health Sports Park, den Wargrounds, wo, ich glaube, das kann man nicht anders sagen, das Fiesball begraben wurde am vergangenen Wochenende. Ja. Der kontroverseste Kampf des Wochenendes ist es am Ende auch geworden. Im Bantam-Gewicht John-Riel Casimero gegen Guillermo Rigondeau. Casimero gewinnt per Split-Decision nach Punkten, verteidigt seinen WBO-Titel. Im Bantam-Gewicht, in einem, ja, Nicht-Kampf, muss man eigentlich sagen, über sehr, sehr weite Strecken. Ein Kampf, wo sehr, 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 sehr früh sehr, sehr, sehr viel gewuht wurde im Publikum. Das lag daran, dass wirklich, ja, Mehr Fäuste schon im Publikum geflogen sind als im Ring. Also es ist einfach unheimlich wenig geschlagen worden. Es ist noch weniger getroffen worden. Es ist tatsächlich der Negativ-Rekord aufgestellt worden, was die Compu-Box-Schlagstatistik angeht. Es gab nämlich insgesamt beide Kämpfer zusammen in den kompletten zwölf Runden. 91 Treffer. Und damit ist der Negativ-Rekord von, ich glaube, 2016 war es im Kampf mit 100 Mal. Der ist dann doch noch um einige jetzt unterboten worden. Ich sage mal so, also wenn man jetzt so ein bisschen Social-Media-mäßig guckt, wird dieser Kampf ja absolut zerrissen, auch von Fachleuten und so weiter. Keine Frage, auch die Showtime-Crew, die kommentiert hat, hat auch zwischendurch wirklich Schwierigkeiten gehabt, sich da zurückzuhalten mit dem einen oder anderen Spruch. Denn, ja, Rigondeau hat viel Kritik bekommen für seine extrem, ja, defensiv, ich finde, das Problem ist, teilweise kann man nicht mehr sagen defensiv, sondern es war wirklich absolut kampfzerstörende Art zu boxen jetzt an dem Samstag. Er hat die Beine noch. Er hat die Beine noch. Was wir im Vorfeld noch befürchtet haben. Ja, ja, er hat die Beine noch, auch mit 40 hat er die Beine noch. Ich muss allerdings dazu sagen, es gibt halt defensiv boxen, aber es gibt auch wirklich über weite Strecken von Runden einfach nur auf dem Fahrrad sein. Und das war halt hier der Fall. Ich muss allerdings auch sagen... locker bei Olympia bei den Gehern mitmachen können. Der ist ja da wirklich so irgendwie, was dann schon wieder so nach einer coolen Verteidigung ausgesehen hat, ist er ja irgendwie so aus der Nahdistanz rausspaziert. Das war schon irgendwie eindrucksvoll, aber dann kam halt nicht das, dass er das hinterher bestraft hat, sondern ist dann halt einfach weiter weggelaufen. Das war eines der größten Probleme, denn jetzt kommt der Moment, wo ich jetzt hier tatsächlich Rigon Do ein bisschen in den Schutz nehmen muss und werde. Denn was mir in vielen Bereichen jetzt echt viel zu kurz gekommen ist, zumindest was ich so gelesen habe im Nachhinein ist, Casimero hat jetzt auch nicht gerade dazu beigetragen, muss man ganz ehrlich sagen. Einfach auch, weil für mich das Größte, was ich hier aus diesem Kampf rausgenommen habe an Information ist, Casimero kann überhaupt nicht den Ring abschneiden. Wenn man sich jetzt Inoue zum Beispiel, der ist für mich im Bantam-Gewicht, was das angeht, der Goldstandard momentan und Casimero, wenn ich dann sehe, wie der wirklich fast zwölf Runden am Stück dem Rigon hinterher stapft einfach nur, ohne irgendwie mal mit Winkeln was zu versuchen, um irgendwie die Distanz zu verkürzen, das war ja absolut lächerlich, wie der sich da in dem Bereich verhalten hat, muss ich ganz ehrlich sagen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte den Kampf 116, 112 Rigon Do. Das mag jetzt auch ein Idioten-Scorecard sein, keine Ahnung. Alles in Ordnung. Die 117, 111 von Robert Hoyle auch für völlig abwegig, muss ich echt sagen. Die anderen beiden sich von mir aus, keine Ahnung. Aber am Ende muss man sagen, womit hat Casimero große Runden gewonnen, weil effective aggressiveness, das wäre das absolute Gegenteil davon. Effektiv war da ja überhaupt nichts und clean punching, was denn da? Also es gab Runden, da hat Rigon Do meiner Meinung nach mit einer klaren Linken, die vielleicht mal gekommen ist, die Runde gewonnen, weil was war denn sonst? Laut Schlagstatistik gab es maximal sieben Treffer von einem in einer Runde, das war das Maximum. Ich habe noch nie gesehen, dass es keine Runde gab, wo nicht einer zumindest mal irgendwann zweistellig Treffer hatte. Ich kann mich nicht erinnern, das schon mal gesehen zu haben. Also das war wirklich ein besonderer Kampf, das muss man schon sagen. Aber ja, keine Frage, auch durchaus dubiose Angelegenheit. Und zwischendurch übrigens, das möchte ich auch mal kurz erwähnen, nach Runde 6, 5 Sekunden, die gucken sich dann an und vielleicht 4 oder 5 Sekunden nach dem Gong und plötzlich schlägt Rigon Do einen Jab. Ja. Der trifft zwar nur so streifmäßig, aber sorry, was für eine Nummer. Ja, genau, also das habe ich mir auch gedacht, der Kampf war so dreckig, da hätte man einen Punkt abziehen können, man hätte aber auch einen Punkt abziehen können bei Casimiro, als Rigon Do kurz unten war und er schlägt ihm noch 5 Mal an den Kopf. Ja, ja. Und dann so, ach ja, er war ja unten und wird trotzdem nicht angezählt. Er schickte ihn mit einem Hinterkopfschlag runter, das war schon ein illegaler Schlag, um ihn dann noch 3 oder 4 Mal das Recht zu treffen, als er am Boden war, total daneben auch. Da hätte ich schon gedacht, oh, wie hat sich der Kampf gerade so entwickelt, oh, hier brechen wir mal ab. Ja, dann hätte man immerhin den Strom an der CompuBox gespart. Also wirklich, ja, schon durchaus geht so. Und so viele Kopfstöße auch, dann, wenn die da so eng beieinander waren und dann hat er ihn vorher nicht getroffen und dann immer so mit dem Kopf rein von Casimiro in der Hoffnung, dass er ihn irgendwie cuttet oder sowas, fand ich zumindest so, sehr unangenehm, das Ganze zu sehen. Die waren natürlich auch sehr, sehr häufig nicht nah beieinander dann in den anderen Situationen. Ja, natürlich. Es war wirklich, ja, was soll man sagen? Also, ich verstehe aber auch, dass das wirklich ein Kampf ist, der nicht einfach zu punkten ist. Da bin ich ganz ehrlich, da würde ich nicht Punktrichter sein wollen bei dem Kampf. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. So, und im Vorprogramm Gary Antonio Russell gegen Emanuel Rodriguez, das Ding war furchtbar schnell vorbei, nämlich nach 16 Sekunden nach einem Accidental Headbutt, also einem unabsichtlichen Kopfstoß, sind wir da ganz schnell zu einer No Decision gekommen. Roshi Warren im Bantam-Gewicht mit einem beeindruckenden K.O.-Sieg, also, er ist ja nicht gerade der als Puncher bekannt, aber hat der Damien Vazquez ganz toll getroffen, der dann erstmal wirklich Moment noch stehen geblieben ist, aber dann gut, meiner Meinung nach gut rausgenommen wurde. Der war ja weg, stehend K.O.-Sieg. Das war absolut in Ordnung. Könnte man auch nochmal beim K.O. des Monats drüber sprechen. Ja, absolut, absolut. Und Brandon Lee, tatsächlich ehrlich gesagt mir, weil du weißt ja, ich mag den ja sehr gerne, ist für mich echt ein spannendes Prospekt, der ist letzte Woche ein bisschen untergegangen in den Vorberichten, weil ich gar nicht so weit unten auf der Karte den erwartet hätte da. Ich auch nicht, ja. Auf jeden Fall für ihn auch nochmal so ein ganz klarer K.O. in Runde 1 gegen Ezekiel Victor Fernandes, das war für ihn auch wirklich überhaupt kein Problem. Nee. Drei Niederschläge, fertig. Genau, genau. So, und dann springen wir zur letzten Veranstaltung, auf die wir zurückschauen. Top Rank war nämlich auch im Einsatz im Hard Rock Hotel und Casino in Tulsa, Oklahoma mit auch hier einer Trilogie Joshua Franco gegen Andrew Maloney um erneut einen sekundären WBA-Titel im Superfliegengewicht. Die verfolgen uns heute. Die verfolgen uns heute, die verfolgen uns noch fast jede Woche. So viele, wie es gibt. Gut, genau, genau. Franco nach dem, ja, auch sehr kontroversen zweiten Kampf, der ja auch in der No Decision endete, da man erinnert sich an den 26-minütigen langen Videobeweis oder was, das sollte man mal in der Bundesliga bringen, was da los wäre. Nein, diesmal gewinnt Franco, für mich ehrlich gesagt, ein bisschen überraschend, erneut nach Punkten, wie im ersten Kampf auch schon, weil ich fand ja Maloney seit dem zweiten am Anfang so stark aus, dass ich ihn jetzt hier vorne gesehen habe und er war auch der Buchmacher-Favorit. Also hier hat, was die Wettquoten angeht, der Außenseiter gewonnen und, das muss auch mal vielleicht dazu gesagt, es gab ja einen vermeintlichen Niederschlag, ich weiß nicht mehr, in Runde 5 oder 6, der allerdings offensichtlich keiner war, der erst so gezählt wurde und dann in der perfekten Methode, wie man meiner Meinung nach in Boxen den Videobeweis einsetzen sollte, es hat 15 Sekunden gedauert während der Ringpause, es hat nicht einen Moment länger gedauert, der Kampf oder irgendwas oder irgendeine Pause oder Unterbrechung, gesagt, nein, kein Niederschlag, fertig, weiter geht's. Also das war wirklich top gemacht, ganz wirklich top gemacht. Ja, ansonsten muss man sagen, Franco, ich denke, das Ding ist jetzt wahrscheinlich erstmal entschieden, also mit zwei Siegen jetzt nach Punkten und er hat den ziemlich klar gewonnen, er hat wirklich, ich weiß nicht, Bologni hat irgendwie nicht in den Kampf gefunden. Ja, es war richtig bitter für ihn, also ich habe da wirklich nur ganz wenig von dem Kampf gesehen und der war hinterher ja zu Tränen gerührt und hatte halt auch nach dem zweiten Kampf, wo er so super reingefunden hat und beschissen wurde, finde ich, ja, hätte er halt gedacht, dass er da das viel klarer gestalten kann und dann ist er so ins Hintertreffen gekommen. Ja, übrigens, weil es zieht sich jetzt auch hier gerade ein bisschen durch die Folge, die WBA jetzt hier nochmal anzusprechen, mit ihrem sekundären Titel. Auch hier ist während der Übertragung, ich weiß nicht mehr genau in welcher Form und wie, ein Gespräch zwischen Timothy Bradley und Joe Tessitore, die Kommentatoren von dem Kampf Andre Ward, ich weiß nicht warum, war auf jeden Fall nicht dabei, wo sie auch darüber gesprochen haben und ich meine, ich meine, das ist ja auch eine Top-Rank-Veranstaltung, die ja ESPN-Partner sind, wo das der Hauptkampf war mit dem Gürtel und selbst Tessitore als, ja, ESPN-Mann natürlich komplett hat zwischendurch mal gesagt, er versteht, dass die Gürtel für die Boxer natürlich wichtig sind und so weiter, da kann er jeden Boxer verstehen und das alles nachvollziehen, aber trotzdem wird er keinen von denen jemals als World Champion bezeichnen, die diese sekundären Gürtel halten und das fand ich auch cool, dass das auf ESPN, also wirklich, das ist ja ein Free-TV gewesen in den USA, dass das vielleicht auch nochmal ein bisschen dem einen oder anderen, der vielleicht nicht so viel Boxen verfolgt, häufiger vielleicht mal verwirrt ist von den ganzen Gürteln und so, dass man das da auch mal versucht hat, ein bisschen einzuordnen fand ich gut. Ja, ich sag jetzt mal so, also es wurde jetzt schon sehr viel Dreck nach der WBA geworfen, bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass was haften bleibt und sich vielleicht mal was ändert jetzt tatsächlich. Ja, absolut, Zeit für das. Ja, und dann hatten wir tatsächlich im Come-In-Event, hätte ich nicht gedacht, dass sie das tatsächlich auch so machen, war aber so, der Enkel von Mohammed Ali, man konnte nicht verpassen, dass er das ist im Laufe der Übertragung, was ich richtig cool fand, war die Oldschool-Everlast-Shorts die er anhatte, wie der Opa tatsächlich, also das hat mir gut gefallen, im Mittelgewicht mit seinem Debütkampf und mit einem ganz klaren Sieg gegen Jordan Weeks, der vollkommen chancenlos war. Man musste aber schon dazu sagen, man musste oft dazu sagen, dass das der Enkel von Ali ist, weil die haben ja Null-Ähnlichkeit, oder? Ja, das sehe ich auch so. Das ist so, also, weiß ich nicht. Das ist so wie bei den Söhnen von Bob Marley zum Beispiel. Die haben ja auch nur alle Rasters und ansonsten würde man nie auf die Idee kommen, dass die irgendwie mit Bob Marley in Verbindung stehen und er hat ja wirklich eine ganze Menge. Okay. Ja, das ist mir nur dazu eingefallen. Ja, und dann noch ganz kurz im Halbwältergewicht Arnold Barbosa mit einem einstimmigen Punkt, gegen Antonio Moran und im Bantam-Gewicht Jason Maloney, der Zwillingsbruder von Andrew Maloney mit einem Punktsieg einstimmig gegen Joshua Greer. So, dann wären wir, außer du möchtest noch gerne irgendwas hinzufügen. Nee. Dann wären wir bei den News, ja. War eine Menge, kann man gerne sagen. War wirklich viel los. Auch jetzt wirklich, was ich jetzt hier den Sonntag dann noch gucken muss und ich konnte weniger gucken einfach aus Zeitgründen, als ich vielleicht gerne gemacht hätte, einfach weil so viele größere Veranstaltungen halt geboten waren jetzt mal. Das muss man einfach so sagen. Dann springen wir in die News und wir haben erneut, das ist das neue Joshua Fury, wir haben erneut ein Canelo Update, ein klein bisschen. Ich übergebe die Aufgabe gerne wieder an dich. Das geht jetzt aber schnell. Wir haben letzte Woche angesprochen, dass er nicht im September boxen wird, nicht am Mexican Independence Day, sondern wahrscheinlich den November anpeilt und das wird so zumindest, also konkreter ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt viele Stimmen, unter anderem ESPN berichtet und bezieht sich auf mehrere Quellen, das zitiere ich jetzt mal so, dass Caleb Plant tatsächlich wieder im Rennen ist und das wohl gar nicht so schlecht. Also die Gespräche sollen nicht nur wieder aufgenommen worden sein, sondern auch momentan gut verlaufen und es soll wohl auch schon geklärt sein, dass es tatsächlich für Canelo eine einmalige Sache ist bei Fox Pay Per View. Das wurde ja auch gemunkelt, ob das nicht auch ein Problem von der anderen Seite war, dass die gesagt haben, ja Moment, okay, aber Canelo, wir wollen dich dann für Dreikämpfer haben oder so bei Fox und bei der PBC. Also mal gucken. Ich sage mal, wenn es am Ende Canelo gegen Plant wird und dann nicht im September, sondern im November, zwei Monate später, ich denke, dann haben wir ihn halt einmal weniger gesehen, als wir es uns gewünscht hätten. Genau. Dann war er immer noch aktiver als viele andere. Absolut. Hat er sich nichts vorzuwerfen. Nein, hat er sich trotzdem nichts vorzuwerfen. Ja, und dann, ja, wir haben wieder ein PBA-Update tatsächlich. Natürlich größtenteils zu Michael Fox gegen Gabriel Messi. Ich nehme an, der ein oder andere oder die ein oder andere letzte Woche wird das mitbekommen haben. Vielleicht auch im Nachschlag, wo wir ja auch, ich hoffe zumindest, das Ganze vernünftig eingeordnet haben. In der vernünftigen Schärfe auch zumindest habe ich das, ja, das ist einfach so rausgeprasselt. Ich glaube, die war bei dir vorhanden. Ich habe der dann nicht mehr viel dazu sagen müssen, weil ich mich dem angeschlossen habe. Die WBA hat nämlich Gloria Martinez-Rizzo, die Dame mit der wirklich katastrophalen 117-110-Scorecard und wo ja dann im Nachhinein noch rausgekommen ist, dass sie mit rassistischen Tweets auch schon öfters aufgefallen ist in der Vergangenheit. Die wurde jetzt auf unbestimmte Zeit suspendiert. Das ist schon mal eine gute Sache. Ich hoffe, das ist unbestimmt und noch lebenslang. Dann ist dieser Interim-Titel der WBA, was der Wert ist, ist egal, aber trotzdem finde ich, ist es erwähnenswert. Der ist wieder vakant jetzt. Die WBA hat das Rematch angeordnet und bei der Minnesota State Athletic Commission beantragt, dass der Kampf zu einem No-Contest wird. Und da muss ich tatsächlich sagen, das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen, ich glaube, dass ich das letzte Woche falsch gesagt habe, falsch wiedergegeben habe. Die WBA kann natürlich das Ergebnis nicht ändern. Das kann nur die Kommission vor Ort machen. Also da muss man jetzt fairerweise sagen, wenn das jetzt kein No-Contest werden würde oder so, ist jetzt die Schuld wahrscheinlich in dem Fall jetzt für diese Entscheidung dann nicht bei der WBA zu suchen, sondern bei der staatlichen Kommission. Dazu kommt, dass die American Boxing Association, ich bin ganz ehrlich, also von denen hat man ja so gut wie nie was gehört, das sind die verantwortlich für die, wenn du so mal vor einer Veranstaltung siehst, die Unified Rules, hier No-Three-Knockdown und was auch immer, die, die dafür verantwortlich sind, fürs Land gesehen quasi, die hat sich mit einem Brief an die WBA gewandt in der vergangenen Woche und gedroht, Titelkämpfe der WBA in den USA nicht mehr zu sanktionieren und das nicht nur wegen Fox Messeril, obwohl das auch jetzt ganz klar genannt wurde, sondern auch wegen dem ganzen Titelchaos, das Zitat von der American Boxing Association ist, die ganzen Titel seien irreführend und für die Öffentlichkeit und für die Boxer, die ganzen Titel seien für die Öffentlichkeit und für die Boxer irreführend. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass sich da jetzt mal eine staatliche Kommission, also nicht nur bundesstaatliche, sondern in den USA sind ja meistens die Bundesstaaten, aber jetzt mal die Landes-, der Dachverband, sag ich mal, von allen boxstaatlichen Kommissionen, da so deutlich zu Wort meldet, ist auch mal höchste Zeit, natürlich, aller, aller höchste Zeit, aber gut, dass ein bisschen was passiert in die Richtung, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also da muss halt auch mehr Druck her, sonst tut sich da auch nichts. Und von daher nicht nur von den Fans, die haben ja im Endeffekt, also klar könnte man immer meinen, die haben die meiste Macht, aber das hat sich in den letzten Jahren irgendwie nicht so bewahrheitet, ja, da wurde ja schon viel gemeckert und es hat sich nichts geändert. Und wenn jetzt die, ja, ganzen Institutionen da auch mal aktiv werden, dann ist das wirklich kein Fehler. Und man kann nur hoffen, dass das jetzt auch mal länger anhält, ja, also weil die meisten Robberies sind ja dann schnell irgendwann wieder vergessen. Eben. Und also es ist natürlich, es wird den anderen wiederum nicht gerecht, dass das jetzt bei den zwei auf einmal so eine Riesennummer wird. Ich denke mal, diese ganze Rassismus-Sache und dass das zuvor mit den Gürteln angesprochen wurde, hat dann alles so, sich so gebündelt, ja, dass das, ja, einfach so eine große Bombe wurde, die da eingeschlagen hat. Aber, ja, schön, wenn das mal ein bisschen länger anhält, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass sich da mal was zum Besseren wendet wieder. Ja, absolut, absolut. So, und dann eine, wie ich fand, ehrlich gesagt, ein bisschen kuriose Nachricht, die uns auch noch reichen in der vergangenen Woche per Pressemitteilung vom Team von Mahmoud Char, denn der verklagt jetzt Don King um, sage und schreibe, 4,5 Millionen Dollar. Char-Berater Marco Schmidt hat eine Klage beim zuständigen US-Gericht in Florida eingereicht und ich zitiere mal kurz aus der Pressemitteilung, in der vierstufigen Klageschrift, welche am Dienstag, den 10. August, offiziell eingereicht wurde, geht es konkret gegen Don King, seine Promotion-Firma Don King Productions, Epic Sports und fünf weitere noch nicht benannte Parteien. Der Vorwurf, jahrelanges Verhindern von Kämpfen von Char durch Nicht-Einhaltung von Absprachen und Verträgen. Die Gesamtforderung, 4 Millionen, 575.000 US-Dollar plus Zinsen, das wollen wir auch nicht vergessen, nebst Anwaltskosten und was das Gericht darüber hinaus für angemessen hält. Mit dieser Summe soll der wirtschaftliche Schaden kompensiert werden, der Char durch das jahrelange falsche Spiel von Don King sowie dessen Firma und Partnern entstanden ist. Der darüber hinaus als Profisportler entstandene Schaden steht auf einem anderen Blatt. Char fordert daher einen Prozess vor einer geschworenen Jury. Ja, ganz genau. Da bin ich natürlich viel zu wenig Jurist, erst recht in den USA, um einschätzen zu können, wie das irgendwie möglich ist oder keine Ahnung was. Meine erste Reaktion war ehrlicherweise, ich mag mich irren, ich meine nur, wie ich im ersten Moment, was ich im Moment gedacht habe, ist aber viel Geld, was sie da fordern. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das habe ich mir auch gedacht, also wo nehmen die die Zahl her, ja, weil... Wahrscheinlich haben sie mit vier Char-Kämpfen pro Jahr kalkuliert oder so. Ja, schätzungsweise. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oder dass er vier Jahre nicht im Ring war, also eine Million pro Jahr oder sowas, also weil er war ja wirklich, lange weg und... Oder er wäre vielleicht sonst Joshua-Gegner geworden oder so, denken Sie und ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hoffe, er gewinnt das Ding, denn ja, Don King hat in seiner ganzen Laufbahn als Box-Promoter so viele Menschen um so viele Millionen beschissen, dass es absolut egal, wie und was einfach nur gerechtfertigt ist, in der er mal hier viereinhalb verlieren würde, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß halt nicht, wie viel der hat. Also so wie die letzte Veranstaltung wirkte, war das ja wirklich so ja, also meine Oma hat immer gesagt, einen langen, nackten Mann mal in die Tasche. Also das ist halt, weiß ich nicht, ich denke mal, vielleicht gewinnt er dann, aber ja, es sind halt dann nur noch Schulden zu holen bei King. Ja gut, vielleicht kann ja King dann seinen, was hat er, Bentley oder was putzen in Sozialstunden oder so. So weit wird es wohl noch kommen. So, und dann haben wir auch noch ein äußerst kurioses Comeback, obwohl er selber sagt, es ist kein Comeback. David Hay, ja, David Hay, wer es nicht mitbekommen hat, steigt in den Ring am 11. September auf der Undercard von Oscar de lauer gegen Vitor Belfort, gegen, ja, den Milliardär und Hayes persönlichen Freund, Joe Fournier und das klingt erstmal alles total kurios, ist es natürlich auch, denn Fournier ist ein, tatsächlich auch ein Profiboxer, offiziell, er hat neun Kämpfe, neun Siege, neun K.O. Hat natürlich einen Kampfrekord, da sieht Christopher Lovejoy's Kampfrekord aus wie der von Mohammed Ali, so ungefähr. Ja, ist ein bisschen übertrieben, aber, ja, natürlich hat er absolut einen Witzkampfrekord, wie sonst, wie es halt so ist, wenn so ein Milliardär Profi wird, entstanden ist diese Idee bei einer Alkoholverhangenen Nacht auf Mykonos, tatsächlich, wo, wo, wo sonst nur österreichische Politiker ihre Glaubwürdigkeit verlieren, ja. Wo, wo irgendwie eine Dame, die da mit dabei war, von unter mehreren Damen, wohl mal gefragt hat, wohl in die Runde gefragt hat, wer denn wohl einen Kampf zwischen denen gewinnen würde und Hayes hätte wohl versucht, das Ganze so relativ, ja, vorsichtig auszudrücken, wollte seinen Kumpel jetzt nicht in die Pfanne hauen und Fronnie meinte dann so, er glaubt, heute schlage ich Haye und dann, ja, hat Haye dem wohl ein Sparring angeboten, das ist jetzt, was Haye erzählt, ein Sparring angeboten, irgendwie über vier Runden oder sowas und Fronnie hat dann gesagt, sollen wir nicht irgendwie das Ganze ein bisschen größer aufziehen, sanktioniert und keine Ahnung was und jetzt wird es und jetzt wird es am 11. September tatsächlich ein offizieller Profikampf sein, ein Kampf, der in David Hayes Kampfrekord einfließen wird, tatsächlich gegen einen Milliardär und seinen Kumpel, Haye sagt allerdings selber, es ist kein Comeback, es geht mir nur darum, Fronnie zu zeigen, dass es Levels im Boxen gibt. Ja. Ich muss sagen, ich finde es albern und lächerlich, da bringe ich vielleicht einmal ganz kurz den Facebook-User Heiko rein, der sich auch bei uns gemeldet hat, bei Facebook gefragt hat, wie wir das finden und er meinte auch schon direkt, er findet es einfach nur lächerlich, ja, kann ich ihm nur zustimmen. Julius, also ich muss sagen, ich habe mich zuletzt mal erinnert, dass ich bei einem Boxkanal auf YouTube, da ging es irgendwie um die größten Witzkämpfe, die es jemals gab im Boxen und da wurde auf einen Kampf verwiesen mit, ja, wenig, Bildmaterial gab es leider nur dazu, wo ein brasilianischer Millionär geboxt hat, falls du davon schon mal gehört hast. Nee. Und der war alles andere als durchtrainiert, sondern hat sich durch Schönheitsoperationen ein Sixpack, dann so eine Brust wie ein Fass und Bizeps und sowas hinspritzen lassen und das hat dann halt alles so gewackelt, während er geboxt hat und der konnte nichts und sollte dann trotzdem als Sieger aus dem Ring gehen, weil der andere dann halt irgendwie aus Verzweiflung sich hingelegt hat oder sowas. Ich müsste das nochmal näher recherchieren, da hat jetzt die Zeit am Wochenende tatsächlich nicht für gereicht, aber wenn da Interesse besteht, kann ich da nochmal nachschauen und da vielleicht liefern, worum es sich da handelt. Ja, äußerst kurios. Ich hoffe, dass es zumindest besser abläuft als das. Ja, das hoffe ich auch, das hoffe ich auch, ja. So, und dann noch ein paar kurze News, einmal international noch, David Benavides gegen José Uscategui, eigentlich für den 28. August geplant und wäre damit ein Fall für unsere Vorschau nächste Woche, ist verschoben, denn Benavides ist an Corona erkrankt, so wie es aktuell, mein aktueller Stand, es wird die ganze Karte verschoben, noch kein neues Datum, kein gar nichts, keine Ahnung. Dann, aus deutscher Sicht, die nächste Petko-Kampfnacht beziehungsweise Veranstaltung steht, kommt, also steht, so lala, aber kommt am 4. September in Lübeck in der Hansehalle im Hauptkampf Schäfert Isufi gegen Thomas Adamek, aber nicht den Thomas Adamek, sondern den tschechischen Thomas Adamek, der gibt es ja zwei, der polnische, der extrem guter Mann war im Halbschwer-Cruiser und später auch im Schwergewicht und der tschechische Thomas Adamek, der so geht so ist. Okay, ist europäisches Level, ja. Genau. Außerdem auf der Kart Edin Avdic, ein Neuzugang bei Petko, 25 Jahre alt, Österreicher im Mittelgewicht, der gibt es ein Profidebüt und dann definitiv noch auf der Kart Hovig Bebraham, John Bielenberg, der super Youngster und Luca Antonio Cinque-Onze, ebenfalls ein richtiger Youngster. Es kommt sicherlich noch einiges dazu, die haben auch alle noch keinen Gegner, aber ja, ist doch ganz schön. Sind ja auch noch drei Wochen Zeit, ungefähr. Genau, sind ja auch noch drei Wochen Zeit. Lübeck muss ich... Aber hochgradig überraschend, muss ich sagen. Ich war auch sehr überrascht. Man hat im Vorfeld wirklich gar nichts gehört. Also ich meine, natürlich irgendwann muss man es ja zum ersten Mal ankündigen, aber ja, es wurde ruhig und jetzt sind auf einmal wieder so... Jetzt sind die Neuigkeiten da. Also es ist immer so ein bisschen... wie Kai aus der Kiste. Lübeck überrascht mich, aber trotzdem, muss ich sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob einer der Kämpfer da direkten Bezug hin hat, wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht. Wüsste ich auch nicht. Isufi kommt auch meiner Meinung nach auch da aus Bayern, oder? Ja. Keine Ahnung, warum man da hingeht. Aber offensichtlich, also man wird mit Zuschauern veranstalten dürfen bei Hygienekonzept. Vielleicht hat das irgendwie eine Rolle gespielt. Das könnte auch sein, ja. Kann ich nicht sagen. Vielleicht hängt das aber auch mit den Sponsoren zusammen, mit dem Kaif, oder wie die heißen, die diese Getränke machen, dass die da vielleicht noch irgendwie einen Sitz haben. Ah, das kann sein. Dass da irgendwie so diese Verbindung ist. Das ist ein guter Hinweis. Das ist durchaus möglich, ja. So, und dann einmal ganz kurz noch jetzt angekündigt, Conor Ben gegen Adrian Granados, der Kampf, der ja auch ausfallen musste, der eigentlich im ersten Fightcamp starten sollte, vor drei Wochen ungefähr, wird jetzt, das hatten wir so vorsichtig gehofft, tatsächlich am 4. September auf der Kart von Josh Warrington im Rematch gegen Mauricio Lara steigen. Und damit haben wir da jetzt wirklich, meiner Meinung nach, eine echt starke Kart. Warrington Lara 2, Conor Ben gegen Adrian Granados und dann auch noch Katie Taylor mit ihrer Verteidigung der Weltmeisterschaft im Leichtgewicht gegen Jennifer Han aus den USA. Also das kann sich schon sehen lassen. Richtiger Kracher, ja. Also ich glaube, da sehen wir viele gute, spannende Kämpfe, wenn jetzt nicht doch nochmal irgendwie Corona um die Ecke kommt und ein Kampf verschoben werden muss. Wenn das so bleibt, ist das wirklich top. Ja, top ist ein sehr gutes Stichwort. Dann ganz kurz jetzt eben zum Abschluss der News noch eben ein paar Gerüchte. Das ist eigentlich schon ein bisschen weiter als Gerücht, aber es ist noch nicht offiziell angekündigt. Jamal Herring gegen Shakur Stevenson am 23. Oktober. Beide sollen die Verträge bereits unterschrieben haben. Ich gehe davon aus, dass Top Rank sehr, sehr zeitnah das Ganze ankündigt. Superkampf, Superkampf im Super-Federgewicht und endlich der Kampf, auf den ich hoffe bei Stevenson schon vor dem Nachschlag, aber im Nachschlag habe ich es ja mehrfach gesagt, dass der endlich mal einen Topmann boxen muss, wenn er als Topmann gesehen werden will und das passiert hier. Großartig. Dann im Schwergewicht irgendwie ein Kampf, wo ich sagen muss, hat was. Andy Ruiz gegen Charles Martin soll Gerüchten zufolge auch für Oktober geplant sein und auch, wir bleiben im Oktober, Teofimo Lopez gegen George Cambosos, das ist auch langsam die unendliche Geschichte. Jetzt ebenfalls im Oktober geplant, jetzt wahrscheinlich nicht in Australien, sondern der mittlere Osten ist jetzt wohl ganz groß im Rennen, weil, ich weiß nicht, ob es jetzt Thriller war. Weil sie wollen, dass es nochmal verschoben wird, glaube ich. Nein. Da ist ja im Moment die Lage äußerst ruhig. Das stimmt. Also, so ein Quatsch. Aber von irgendwoher, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht woher, ob es Thriller war oder wer auch immer oder ein Verband, von irgendwer kam die Ansage, der Kampf muss irgendwo stattfinden, wo es keine Quarantäne gibt nach der Einreise. Ich weiß nicht, wer die Ansage gemacht hat, aber irgendwer hat die Ansage gemacht und damit fällt Australien raus, jetzt. Und, ja, und das scheint jetzt laut Ryan Kavanaugh, dem Chef von Thriller, der mittlere Osten, das kann ja auch vieles bedeuten, aber, das wird nicht in Afghanistan sein, vermutlich nicht. Aber, ja, soll jetzt auf einmal der Frontrunner sein und ich muss wirklich sagen, dieser Kampf, sorry, die sollen jetzt einfach mal kämpfen. Ja. Wahrscheinlich, bis der Kampf kommt, ist der WBA-Gürtel nicht mehr gültig. Ja. Geht's nur noch um drei. Das kann, das kann sein, das kann sein, ja. Ach ja. So, und dann, ja, haben wir jetzt unser Mythical Matchup, unser kleines Special in dieser Folge, in dieser Woche. Wir hatten letzte Woche die Top 5, oder ich sollte die Top 5 K.O.s von Arthur Abraham mir überlegen, war Julios Aufgabe gewesen und dann gab es ja Feedback aus der Hörerschaft, Mythical Matchup Arthur Abraham gegen Felix Sturm, das wäre doch mal unbedingt was, was wir besprechen sollten. Das machen wir sehr gerne jetzt hier und es ist sicherlich, ja, wenn man in Deutschland an Mythical Matchups denkt, ich sag mal, in den letzten 15 Jahren ist es wahrscheinlich das Duell, was es da gibt, jetzt mal davon abgesehen, dass für mich persönlich würde jetzt aus meinen Lebzeiten Henry Maske gegen Dario und Michalczewski da an der Spitze stehen auch mal eins, was wir gerne mal machen werden, aber Sturm gegen Abraham ist sicherlich, ja, vielleicht der größte deutsche Kampf wäre das gewesen, den man hätte machen können in den letzten 15 Jahren, behaupte ich jetzt mal ganz kühn. Julius, ich erteile dir erstmal das Wort, ich meine, wir kennen beide gut, natürlich sicherlich alle Hörerinnen oder die meisten Hörerinnen und Hörer genauso, ich würde jetzt mal spontan sagen, wenn wir sagen Prime ungefähr, würde ich jetzt spontan sagen, wir bewegen uns auf jeden Fall im Mittelgewicht, da würde ich bei beiden die Prime einschätzen und ja, bei Abraham müsste man wahrscheinlich so sagen, sieben bis acht vielleicht, vielleicht noch sechs bis acht, also 2006 bis 2008 ungefähr in dem Bereich, bei Sturm vermute ich auch, dass man das in den Raum setzen kann, also ich meine, die De La Hoya-Niederlage, da war natürlich schon spitzenmäßig 2004, aber wenn ich mich an den Silvesterkampf erinnere, 2008, das war auch eine super Leistung von ihm, ich denke schon, dass man ungefähr sagen kann, vielleicht plus minus, keine Ahnung, aber weit auseinander waren die von der Prime eigentlich nicht in der Zeit, wo man sich das am meisten hätte wünschen können. Sagen wir beide im Mittelgewicht, beide ungefähr in dem Zeitrahmen, was glaubst du Julius, was wäre das für ein Kampf geworden, wen hättest du vorne gesehen? Ja, also ich hatte mir erst mal noch überlegt, einfach nur, weil ich es mir jetzt aufgeschrieben habe, möchte ich die Arbeit wenigstens erwähnen. Natürlich, natürlich. Hatte ich mir gedacht, so was könnten denn gute Anlässe sein oder eben Zeitpunkte, wo man das machen könnte, ja, also Prime ist natürlich, das habe ich jetzt so ein bisschen ausgeklammert, natürlich das, worüber wir uns Gedanken machen, würde ich auch sagen, zwischen 2005 und 2008 wahrscheinlich im Mittelgewicht und ja, hätte mir jetzt so gedacht, dass 2006 die erste gute Chance gewesen wäre auf den Kampf, weil man dann hätte sagen können, man boxt um Abrahams Titel. Der Zeitraum wäre dann aber vielleicht ungefähr da gewesen, wo Abraham gegen Miranda gekämpft hat und um den Kampf wollen wir uns wirklich alle nicht gebracht haben, ja, weil der war ja wirklich sensationell, also da kann ich dann auch mal auf Sturm gegen Abraham verzichten, ja, und das habe ich so als erstes mir überlegt gehabt, weil da hatte der Sturm ja sein Gürtel verloren gehabt, bei der ersten Titelverteidigung dann und da habe ich gedacht, ja, dann wäre es ja eigentlich naheliegend gewesen, in Deutschland einen anderen großen Namen zu boxen 2006, kam aber nicht so und ja, dann habe ich mir gedacht, 2007 oder so wäre eine Vereinigung gut machbar gewesen, nachdem Sturm wieder den BBA-Gürtel geholt hatte und Abraham IBF-Gürtel hatte, wäre ja auch super gewesen zu vermarkten, kam trotzdem nicht und dann hatte ich mir gedacht, 2011 nach dem Super Six aus für Abraham, wäre das natürlich eine gute Gelegenheit gewesen, noch mal runter zu gehen, also da waren sie jetzt nicht mehr so sehr in der Prime, das lasse ich mir aber noch angehen, dass ich sage, verlängerter Zeitraum, wo es gut gewesen wäre, und dafür hätte er halt noch mal ins Mittel runter gehen müssen, was er gesagt hat, das macht er auf gar keinen Fall und wenn es denn um einen Titel hätte gehen müssen, ja, ansonsten hätte man ja Catchweight oder sonst was machen können, einfach nur gutes Geld verdienen, aber darum ging es ja in dem Fall nicht und ja, die letzte ernstzunehmende Chance wäre gewesen 2014, 15, als mal im Gespräch war, dieses vielleicht Top-4-Duell mit Stieglitz und Bremer auch im Supermittelgewicht, das hätte ich mir auch sehr gewünscht, da weiß ich noch, dass bei Boxsportmagazin gab es da glaube ich auch so eine Titelseite dazu, wer ist der eigentliche Chef oder sowas irgendwie und da habe ich damals als Leser mir noch gedacht, oh, das wäre natürlich der Knaller und ja, 2020, der Oldie-Fight, der jetzt leider nicht kam. Ja, kurzum, ich muss sagen, wie die Chancen verteilt sind, ich würde sagen, in der Prime, ist es eng, aber da bin ich eher bei Abraham, dass er tatsächlich mit seiner K.O. Power dann nochmal schocken könnte und vielleicht tatsächlich diese tolle Technik und den Wahnsinns-Chap von Sturm irgendwie ausbremst und ihn umhaut, was ja Sturm zum Beispiel, würde ich sagen, gegen Abraham nie gelingen würde. Dafür fehlt ihm einfach die Kraft in den Fäusten und das hätte immer nur ein Punktsieg werden können. Man hat dann aber zum Beispiel jetzt, wenn man einen anderen Zeitpunkt wählt, 2011 im Super-Six-Turnier und danach auch 2014-15 wurde ja vorgemacht eigentlich im Vorfeld, wie man Abraham hätte gut ausboxen können und dass er halt schon limitiert ist, spät startet, nur über die Kraft kommt, immer der Doppeldeckung ist und wenn man, ja, also so, ich hätte dann 2011 und 2014-15, hätte ich Sturm dann mehr Chancen ausgerechnet, eben über die bessere Technik Abraham da ins Leere laufen zu lassen. Und wenn man sich da nicht erwischen lässt und Sturm hat ja eigentlich auch ein ziemlich gutes Kinn- und Nehmerfähigkeiten bewiesen gegen andere harte Hunde, muss ich sagen, ja, das siehst du vielleicht anders, aber würde ich dann sagen, da hätte man dann ein, zwei wegstecken können und er geht mal runter und zieht dann aber trotzdem noch durch. Das wäre jetzt so meine Einschätzung, aber tatsächlich in der Prime, die du jetzt festgelegt hast, bin ich pro Abraham. Wie siehst du das denn? Nee, ich finde das, also, ich finde das super, dass du das versucht hast, so zeitlich nochmal aufzuteilen, in die, ja, möglichen Phasen, wo der Kampf vielleicht gut hätte kommen können und das ist nämlich besonders gut, weil das auch aufzeigt, ja, dass es mehrfach eigentlich wirklich die Möglichkeit gegeben hätte, aus Veranstalter, Promoter-Sicht zu sagen, das machen wir. Ja. Es ist nicht so, dass man eine Chance mal verpasst hat und dann war es das, so nach dem Motto, sondern der Kampf wäre über eine ganze Weile hinweg oder in mehreren Phasen immer wieder wahnsinnig interessant gewesen und hätte, ja, der größte deutsche Kampf sein können dann in der Zeit, mit Abstand, wirklich mit Abstand sogar. Ja, was das Ergebnis oder eine Prognose angeht, muss ich sagen, also wenn ich mich jetzt aufs Mittelgewicht festlege, wie ich es vorhin die Zeit ungefähr so genannt habe, sehe ich einen extrem spannenden Kampf mit allerdings zumindest in gewissen Richtungen relativ deutlichen Ausgängen, du hast es schon richtig angesprochen, also einen K.O. von Sturm halte ich für so gut wie ausgeschlossen. Ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, da ist einfach nicht genug Schlagkraft, dann Abraham noch mit der Doppeldeckung, natürlich, die auch immer sehr stabil war, ich wüsste nicht, wie Sturm ihn da wirklich stoppen soll, wenn das nicht mal Karl Frotch geschafft hat oder sowas, als Beispiel jetzt. Und andersherum muss ich allerdings sagen, ich wüsste kaum ehrlich gesagt, wie Abraham Prime-Sturm nach Punkten besiegen sollte, denn Prime-Sturm, der hat nicht nur eine tolle Technik und einen super Giants, sondern der richtig, richtig gute Sturm hatte auch super Beine. Und das vergisst man, finde ich, immer so ein bisschen, weil er in den letzten Jahren halt dann doch sehr statisch geworden ist, nicht in den letzten, ich meine jetzt nicht im Team Rost und James Kraftkampf. Und dann auch gegen Stieglitz oder so. Zum Beispiel. Die Beine waren dann doch deutlich weg schon, in den Zehnerjahren, würde ich mal behaupten. Aber im Mittelgewicht, gerade auch jetzt vielleicht der Heuer, das ist jetzt noch ein bisschen früh, aber 2004, da wäre jetzt natürlich kein Abraham-Kampf eine Option gewesen. Das ist natürlich Quatsch. Ja, der war dann noch ganz woanders. Ja, aber Sturm hatte damals trotzdem, fand ich persönlich, richtig, richtig schnelle Beine und war verhältnismäßig da wirklich gut unterwegs. Und Abraham, natürlich seine Spurts und seine Schlagkraft im Mittelgewicht, also im Supermittelgewicht muss man das auch relativieren. Es gibt halt Leute, die nehmen ihre Schlagkraft in eine höhere Gewichtslasse mit und es gibt Leute, die tun es nicht. Das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Und Abraham war ein Monsterpuncher im Mittelgewicht, kann man nicht anders sagen. hat allerdings die Schlagkraft nicht so mit hochgenommen, dass er da die Leute beeindrucken konnte, selbst wenn er mal durchkam. Aber im Mittelgewicht war das brutal, keine Frage. Und Sturm hat, stimme ich dir absolut zu, er hat kein schlechtes Kinn. Also das ist absolut okay. Und nichtsdestotrotz, wenn Abraham da mit so einem richtigen Spurt mal wirklich durchkommt oder so, wie es sie auch früher gehäuft gab. Früher gab es sie gehäuft und Abraham war auch ein guter Finisher, fand ich in seiner besten Zeit. Ist das absolut realistisch, ich finde es wahnsinnig schwer mich festzulegen, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich es machen müsste, würde ich sagen, Sturm gewinnt nach Punkten, war aber im Kampf am Boden. So würde ich jetzt einfach mal tippen, aber ich finde es unheimlich, unheimlich schwer vorherzusagen, was da passiert wäre und das ist ja eigentlich auch einer der, einer der Gründe, warum es einfach so unfassbar schade ist, dass der Kampf nicht gekommen ist und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie jetzt noch irgendwie, irgendwie, plötzlich mit so einem Oldie-Duell kommen, Ortiz gegen Guerreiro hat ja auch keinen auf dem Schirm gehabt, weiß ich nicht, nächstes Jahr oder was, keine Ahnung, als Beispiel, ganz ehrlich, kann mir gestohlen bleiben, genau wie Amir Khan gegen Calbrook. Für mich ist der Zug abgefahren und brauche ich jetzt nicht mehr, ganz ehrlich, das ist einfach ein riesen Versäumnis des deutschen Boxens gewesen. Genau, weil sie da zu weit einfach von allem entfernt sind und das gar nicht mehr repräsentativ ist, wenn sie jetzt beide im Halbschwer oder so gegeneinander antreten würden, das kann man dann, da kann man dann nicht mehr sagen, wer der Bessere ist, so auch mit dem Rückblick auf damals, so dass, wo es dann auch irgendwo immer noch gehen würde und nicht, wer ist es denn jetzt oder so, das wäre einfach Quatsch und deshalb war es mir auch nochmal wichtig, die verschiedenen Stationen irgendwie jetzt aufzuzeigen, aufzuschreiben für mich, wo ich dann sage, so hier wären die Chancen gewesen, eigentlich wie himmelschreiend das ist, da hätte man das überall machen können, da hätte das mega Sinn gemacht, da wäre das Boxen auch in Deutschland noch viel mehr in Fahrt gewesen als jetzt, also was jetzt sowas angeht, wie Hallenfüllen, TV-Partner und, 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 ja, also, ja, weiß ich nicht, es gab eine Abraham-Doku, die lief im Kino, ja, also, ich meine, wenn man da keinen Kampf irgendwie macht im Fernsehen, in der großen Halle oder in einem Stadion von mir aus, dann weiß ich auch nicht, dann will man einfach kein Geld verdienen, das, das ist einfach so meine Meinung, das ist einfach nur dumm, ja, sehe ich ganz genau so, es tut mir für jeden leid, der sich da jetzt auf die Füße getreten fühlt, aber eigentlich tut es mir nicht leid, ja, so. Ne, muss es dir auch nicht, meiner Meinung nach, weil, ich weiß natürlich jetzt die genauen Gründe oder so, wer soll die schon wissen, aber, ich glaube ehrlich gesagt unterm Strich, dass da auch einfach ein paar zu viel, zu stur gewesen sind, ein paar Leute zu stur gewesen sind, was verschiedene Sachen angeht, man muss sehen, zu der damaligen Zeit, also auch über mehr, auch die zweiten Zeiten und so, die du genannt hast, ich würde jetzt mal spontan aus dem Kopf weg sagen, mal abgesehen von den Klitschkos, waren die wahrscheinlich die größten Quotengaranten, ich würde jetzt mal sagen, so vier bis fünf Millionen haben die doch, glaube ich, in ihrer Hochzeit gehabt, glaube ich, glaube ich. Da ging einiges auf jeden Fall. Ja, Abraham natürlich mit Sauerland damals bei der ARD, sehr, sehr lange gewesen, Sturm, zunächst mal Universum im ZDF und dann als Selbstvermarkter bei Sat.1 und, ähm, ja. Da hatte er auch gute Quoten gehabt bei Sat.1 und mit Rand und sowas, also das lief am Anfang super. Ja, und, ähm, ja, ich würde jetzt ehrlicherweise, ich weiß es nicht, ich kann nur spekulieren, aber ich kann mir vorstellen, weil das haben wir ja schon öfters erlebt, auch in England, auch in den USA, dass die unterschiedlichen TV-Partner hier, ähm, vielleicht ein großes Problem gewesen sind. Andererseits muss ich aber auch sagen, klar, man muss, äh, noch so, den, den Schwenk noch. Ja. Es hat nicht viele Sauerland gegen Universum, äh, Duelle gegeben, meiner, meiner Erinnerung nach, wo beide bei ARD und ZDF waren. Aber, ich erinnere mich zum Beispiel an, äh, Walouyev gegen Shagaev. Der fährt mir jetzt so ganz spontan ein. Das hat ja auch irgendwie funktioniert, ne? Und, ähm, dass nicht einer da zurücktritt, oder man könnte doch, ich meine, das machen doch heute auch alle, bei, ähm, Klitschko sag ich schon, bei, äh, Joshua gegen Fury, ja, ist noch nicht gekommen, aber theoretisch wurden direkt mal für zwei Kämpfe unterschrieben. Da hätte man das doch auch machen können. Man hätte doch sagen können, wir machen das jetzt hier, als, ganz ehrlich, als ob das entweder 120, 108 in die eine Richtung ausgeht, oder ein K.O. in Runde 1 wird, oder weiß ich nicht was. Ein Rückkampf wäre doch höchstwahrscheinlich sehr gut vermarktbar gewesen, und man hätte doch sagen können, Kampf 1 bei Sender 1, ARD von mir aus, und Kampf 2 bei Sender 2, ob das jetzt ZDF oder Sat.1, ist ja im Prinzip egal. Das wäre doch, ich verstehe das nicht. Und man hätte, beide Seiten hätten richtig Geld verdienen können. Ja, ich muss halt auch. Dass Deutsche Boxen, wie du richtig gesagt hast, hätten einen Boost gekriegt. Ich muss halt auch sagen, so, ähm, der Kampf Stieglitz-Sturm war ja dann, obwohl Stieglitz, ja, ich weiß, der MDR ist nicht, ne, so die ARD, das ist nur so eine Sparte davon, aber das war da kein Problem. Der Kampf war gut machbar, und dann waren sie bei Sat.1, bei RAN, haben gesagt, da haben wir eine größere Reichweite, ja, und dann hat da der Kampf stattgefunden, der war mega spannend, der war eng, und, 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 also habe ich sehr gerne gesehen, und da ging es doch, also da hat man es ja doch bewiesen, da hätte man ja noch sagen können, hey, Top 4 Turnier, machen wir jetzt noch, das war ein Unentschieden, wie sieht es mit den anderen aus, ab geht's, jetzt machen wir die Nummer, und wenn nicht, wird es outgesourced oder sowas, weil die, ja, Super 6 Turnier zum Beispiel, lief ja auch nicht, ja gut, das lief schon bei der ARD oder sowas, mitten in der Nacht oder so, aber da hätte man ja auch sagen können, das macht man jetzt, da gab es noch keine Streamingdienste so groß, aber dann überträgt es halt jemand anders. Dann, gut, dann wäre es schwer, die auch bei den TV-Partnern rauszubringen. Also, an der Stelle wäre es eigentlich interessant, man hätte irgendwie, dass sich das in den nächsten 50 bis 100 Folgen nochmal gibt, dass man jemanden dazu bekommt, der sich mal äußert, dass wir mal interviewen können, so, weil sie nicht hinter den Kulissen damals, als es nicht geklappt hat, bei Abraham Sturm, ja. Ich glaube, das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, bis da jemand offen spricht. Ja, wahrscheinlich. Wer weiß. Oder es gibt halt, man müsste beide Parteien wahrscheinlich. Irgendwann kommt eine Biografie. Ja, ja, aber da muss man natürlich auch gucken. Die andere Seite würde dann sagen, das stimmt doch alles gar nicht. Es ist alles immer sehr schwierig in solchen Fällen. Ich weiß es, unterm Strich bleibt für mich vor allem die Erkenntnis, schade. Ja, genau. Ich hoffe wirklich, dass wir das jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer zufriedenstellend so abgedeckt haben, wie wir das sehen. Ich finde, das ist gut gelungen. Ja, ich finde aber auch, deinen Punkt finde ich schon auch gut. Also ich meine, wir sind uns ja nicht einig. Ich hätte jetzt gesagt, Abraham gewinnt, du sagst Sturm gewinnt, aber er war unten. Was ich auch absolut so sehen kann, das zeigt halt, wie eng es ist, dass man es gerne gesehen hätte. Ich stelle mir tatsächlich vor, so Abraham wie gegen Jermaine Taylor oder so. Oder gegen Elvin Ayala. Also erst mal viele Runden abgegeben, schon auch hier so gute Sequenzen gezeigt und auch mal so ein Spur, der dann eben Sturm schon mal runtergeschickt hat vielleicht oder so. Und dann so auf den aller, allerletzten Drücker macht er den Sack noch. Absolut denkbar. So stelle ich mir das vor. Ja, absolut denkbar. Und wer würde da nicht ein Remake sehen wollen vielleicht? Eben. Da sind wir wieder dabei. Also, hier ist wirklich eine große Chance verloren gegangen und ich glaube ganz ehrlich, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass bei den Promotern auch einfach ein bisschen Geld liegen geblieben ist, was im Nachhinein, in den nächsten Jahren, dem einen oder anderen im Aufbau geholfen hätte. Das hängt doch alles zusammen. Also, es ist sehr schade. Oder, also jetzt, dann haben wir es aber wirklich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass man es ja von 2006 bis 2014, 2015 hätte machen können. Das sind ja zehn Jahre. Da denke ich dann auch an so Pecquiao gegen Marquez. Ja. Über Jahre oder Jahrzehnte, sage ich mal, Dekaden übergreifend dieses Duell. Und dann machen sie es von mir aus 2020 nochmal. Aber dann haben die Leute die Kämpfe davor gesehen. Ja. Und dann sagst du, so jetzt nochmal im Halbschwer. Wer hat noch wie viel im Tank oder sowas. Ja, ja, ja. Dann guckst du mir jetzt zum vierten, fünften Mal. Das Ganze hat eine Vorgeschichte, ganz genau. Ich meine, man hat es ja mit Stieglitz auch gekriegt. Genau, das hat ja super funktioniert. So, ja, dann schließen wir das Kapitel jetzt erstmal ab. Wer weiß, ob nicht doch noch was kommt. Ich würde nichts ausschließen, wir sind immer noch im Boxen. Aber jetzt ist erstmal Zeit, dass ich Julius für nächste Woche eine neue Aufgabe gebe. Denn Julius ist nächste Woche wieder dran mit einer Top 5, bevor wir in der Woche danach natürlich wieder ein Mythical Matchup haben, was ich mir dann aussuchen darf. Da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt ist erstmal Julius dran in der kommenden Woche. Und ich habe mir gedacht, ich weiß, wir sind jetzt ein bisschen sehr national gewesen, aber einmal würde ich es gerne noch machen. Denn wir haben jetzt hier die Oldies groß besprochen, Sturm Abraham, zwei der größten Namen natürlich der letzten 15, mindestens 15 Jahre im deutschen Boxen, vielleicht sogar fast 20 Jahre, kann man sicherlich sagen. Da habe ich mir gedacht, es wäre auch durchaus jetzt angebracht, vielleicht für die Top 5 der nächsten Woche, wenn wir mal ein bisschen auf die Jüngeren schauen. Und Julius, du erinnerst dich vielleicht, wir hatten vor einigen Monaten, ich glaube, das war letztes Jahr sogar noch, mal eine Top 3, einfach nur mal so uns überlegt. Das ist allerdings international gewesen und nicht national. Der Besten unter 25, was wir glauben. Ja. Und ich würde mir jetzt wünschen, von dir für nächste Woche eine Top 5, in dem Fall natürlich, der, ja, für dich persönlich besten deutschen oder auch sicherlich, ja, was soll man sagen, aussichtsreichsten deutschen Boxer unter 25 Jahren und dann nochmal zur Klarifizierung, wer 25 ist, ist raus, ja. Okay. Also 24 und jünger. Da eine Top 5, was glaubst du, wer hat da das größte Potenzial, wer sind da die Besten, die wir da haben. Du kannst gerne auch bei den Mädels schauen. Das möchte ich auch mal direkt dazu sagen, wenn du der Meinung bist, hör mal, hier ist eine dabei, die, die finde ich, die gehört eigentlich rein. Kommt die da rein, auf jeden Fall. Ja, und deswegen, also da eine Top 5, ich habe jetzt gedacht, nach Abraham und Sturm, vielleicht Zeit, dass wir nächste Woche mal auf die, nächste Generation ist eigentlich fast die übernächste Generation, aber dass wir die mal vielleicht ein bisschen in den Fokus stellen nächste Woche. Ich hoffe, da hast du Lust drauf. Ja, sehr gerne. Ja, das schaue ich mir gerne an. Du weißt ja, dass ich da auch dann, ja, dann mal so ein bisschen grabe irgendwie. Ja, weil... Nicht nur bei Boxrec oder so, sondern, wenn es dann halt da so gibt. U25, ich habe mir jetzt extra noch notiert, also nur bis 24. Ja. Und da werde ich wahrscheinlich auch über den einen oder anderen noch mal was lernen, wie alt der eigentlich ist. Das stimmt. Der oder die. Wo man denkt so, ach ja, könnte ja super passen. Oh shit, ist schon zu alt. Ja. Müssen wir mal gucken. Also vielleicht ist da doch der ein oder andere Name dabei, den die Leute jetzt nicht erwartet hätten oder sowas. Ich kann da jetzt im Vorfeld noch gar nichts sagen. Ich habe so ein, zwei im Kopf, wo ich sage jawohl. Und beim Rest müssen wir mal gucken. Finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Aufgabe und habe da Spaß, denke ich mal. Das freut mich, ja. Also ich muss sagen, fände ich auch spannend und deswegen mal gucken, was da nächste Woche rauskommt. Und dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Genau. Dann ist ja schon wieder ein Nachschlag XXL geworden hier. Ja. Aber ich meine, das ist natürlich den, es ist den Themen geschuldet. Das kann man anders nicht sagen. Sehr, sehr viele Veranstaltungen. Sturmabrahm, schnell abfrühstücken. Geht einfach nicht. Nein. Und die anderen Sachen, viele Veranstaltungen. Ja. Wenn man sich dann ewig über die WBA aufregen muss, sei es uns auch mal irgendwie verziehen, dass es wieder ein bisschen in die Überlänge ging. Dann labere ich aber nicht mehr lange rum. Ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Und zwar Instagram, Twitter, Facebook und natürlich per Mail an Nachschlag at Boxcast at gmail.com Ich habe es schon zu lange nicht mehr gesagt. Nachschlag boxcast at gmail.com Und ja, ansonsten gerne auch mal wieder, weiß ich nicht, liken, Daumen hoch, Glocke läuten, Stern geben bei diversen Podcast-Formaten, Foren wollte ich schon sagen hier, Plattformen bei YouTube etc. Freuen wir uns drüber, freuen uns über eure Nachrichten. Ich freue mich aufs kommende Wochenende, wo es wieder was zu sehen gibt und natürlich auf die nächste Woche, wenn der neue Nachschlag kommt. Richtig. Und ja, für nächste Woche natürlich schauen wir auf die Universum-Card zurück. Wir schauen natürlich auf Pacquiao zurück. Haben dann in der Vorschau nicht so viel auf dem Programm, muss ich sagen. Allerdings wahrscheinlich, weil keiner am Wochenende konkurrieren will mit natürlich einem absolut herausragenden Duell. Jake Paul, der YouTuber, gegen Tyron Woodley, den ehemaligen UFC-Champion, über acht Runden im Cruiser-Gewicht. Showtime, Pay-Per-View, die Erde wird stillstehen. Ja, also, die Veranstaltung mit Paul und Woodley ist aber nicht vergessen, da ist ja unter anderem auch noch Amanda Sorano im Ring, Daniel Dubois im Ring, Charles Conwell im Ring. Also, Boxen im Sinne von hochqualitativen, auf hohem Niveau Boxen wird es auch geben auf dieser Veranstaltung. Und die schauen wir uns natürlich ein bisschen genauer an. Wenn der ein oder andere jetzt vielleicht das Gefühl hat, finden die die vielleicht nicht so gut, den Kampf Paul gegen Woodley? Ja, mal gucken. Werden wir nächste Woche ein bisschen genauer Ich denke mal, nach dem Woodley-Kampf habe ich eine Tendenz, wo ich dann sagen kann, also, das traue ich dem Woodley zumindest zu, dass ich dann sagen kann, ich finde Paul zwar immer noch scheiße, aber er hat vielleicht wirklich jetzt mal ernsthaft gezeigt, was er auf dem Kasten hat. Muss man mal sehen. Bin ich mich jetzt noch nicht drin so verlieren. Wir machen zu. Dass er wirklich ernsthaft Boxen trainiert, das will ich nicht in Absprache stellen. Mehr als ich, auf jeden Fall. So, dann machen wir jetzt wirklich zu. Also, nochmal, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal. WP-K haben wir nicht mal kommen bzw. Quando wir heute ения gingen, schlупer wenn wir dann praktisch 2014-200íveis So, dann machen wir alles ,